Hallo? Haha, was geht ab? Haha, Muckedoo! So, test, test! Hallo, hallo? Hallo? Na, ihr süße Boys? Shadowhunter, danke für die Wisdom im 25. Was geht, Curlys? Schon 25 Monate xD, Liebe geht raus. Okay, Test bestanden. Das ist gut. So, da ist er, der süße Fratzi. Wo ist unser Auto? Oh, wird abgeschleppt. Mit der Stimme Curse spielen. Hey, aber das geht doch gar nicht. Ähm... So lieb sein jetzt. Hüah! Verlauf. Alex, der war Nummer 11... Ach so, dass du die aus dem Krankenhaus... Was ist das denn hier? Das ist noch heute, heute ist der 11., ne? Wer, Bidou? Geh nicht dran. Oh! Hallo, schöne Frühlein, gehst du bitte an dein Telefon! Aua! Aua! Ja, nimm das Ding, bitte! Ui! Doof Kopf! Oh! Tag, Bina, lebe Junge! Ja, Willi, Willi, du hast mich angerufen! Ja, ich hab... Oh, das ist aber schon weit her. Ich, äh... Weiß schon gar nicht mehr. Vor drei Wochen. Vor drei Wochen war das? Ne, ich glaub, so lange ist das nicht her. Ja, ich weiß ja nicht, was ich wollte. Hab schon wieder vergessen. Was für mich? Meinst du? Oh, lass das deine Frau aber nicht hören, ne? Oh, sonst wird die eifersüchtig. Ich, oh... Da ist die vorne. Hi, Sahnepuppe! Warte, 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 was ist denn? Wo, wo bist du? Komm von der Straße runter vom Hotel. Äh... Okay, geh dir erstmal was essen, oder was? Oh mein Gott, pass auf! Ja, weiß nicht. Ja, aber ich bin grad mit dem Ronny unterwegs. Wir holen gerade unseren ersten Kunden. Na? Na? Dann ruf mich gleich zurück, okay? Okay, okay, mach ich, Peanut. Bis gleich, Willi, du hängst. Bis gleich. Ah ja, du wildes Tier, du. Bis gleich. Ja, bis gleich. Weil Sahnepüppchen ist. Das Auto wurde geklaut. Nein, das wurde bestimmt abgeschleppt. Nein, das wurde geklaut, ich sag's dir. Meinst du? Twinkie? Ja. Ja. Hast du eingeschlafen? Ja. Wie kann man denn, während man redet, eingeschlafen? Nein, das wurde nicht geklaut, oder? Oh, gut. Meinst du? Dann müssen wir zum Sheriff. Ja, ich glaub schon. Nein. Das wird bestimmt nur abgeschleppt. Das war genau hier. Oder da. Oder vielleicht da vorne. Vielleicht ist es deinem Goodie gefallen. Lauf da gar nicht rüber, das ist ne Todesfalle. Hallo? Ja, meinst du, das Auto antwortet dir jetzt? Da ist doch Alba an. Mann. Dann müssen wir zum Sheriff. Ja, glaubst du, der kriegt das da raus? Bestimmt, der hat nen Kran. Ja. Ja, okay. Willst du nen Schokowiegel? Oh mein Gott. Ja, schon. Eigentlich. Ja. Ja? Ja. Okay. Da. Aber wir essen zusammen. Zusammen, okay. Okay. Warum? Da sind Nüsse drin. Wie ich selber. Ja. Oh, das ist gut. Ja. Das hab ich gebraucht. Oh ja. Du Verkehrsraudy. Du Arschloch. Raudy. Der ist schon 5 Mal hier vorbeigefahren. Soll ich den verprügeln oder so? Boah, das ist ihm nicht weit, ne? Wo warst du? Du warst gar nicht im Hotel. Du kannst zu nem Pizza laden, ne? Ja. Ich habe das Auto gesucht. Und es ist einfach verschwunden. Irgendwohin. Wo ich nicht bin. Ja. Jetzt bin ich allein. Ohne Auto. Pass auf, da kommt ein Moped. Verkehrsraudy. Verkehrsraudy. Boah. Hast du gesehen? Der ist auch voll scheiße. Das war ne Frau. Oh, sie. Ja, was machen wir? Wie kommen wir zum Sheriff hin? Ja. Taxi rufen. Wir sind doch das Taxi. Ja, aber wir haben kein Taxi hier. Ja, warte, ich ruf Taxi an. Okay. Und was sagen wir zum Sheriff? Unser Auto ist verschwunden. Ja, und wo? Das wird geklaut. Ey, wieder keiner in der Zentrale, ne? Oh, das ist so typisch für die Kollegen, ey. Der Willi und Pinsel sind unterwegs im Taxi. Ja. Nein, die kleinen Leute essen nicht so, aber Peanut und Twinkie essen so. Mhm. Mhm. So, tack ist TV. Danke schön für die Büsse auf dem Neunten. Ne. Bin auch dabei. Dankeschön. Mhm. Hast du nicht die Nummer vom Pinsel? Nee, voll nicht. Soll ich dir die geben? Ja, geh mal rüber. Warte, warte. Aber schön mit der Ruhe, ja. 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 Kannst du schreiben? Pinsel. Taxi. Mann. 5, 5, 5. 4, 6. 4, 6. 7, 0. 7, 0. 6, 7. 6, 7. Und die 9. Und die 9. Alles klärchen. Bärchen. Den Mann hat mal deine dominante Art. Oh, das stinkt. Ja, hallo. Weißt du, ich bin's. Die Twinkie. Und... Danke. Wir haben hier... Wir haben hier ein kleines Problem. Ich und der Peanut. Das bin ich. Naja, unser Auto ist irgendwie im Gulli gefallen. Und jetzt sind wir hier vorm Hotel und kommen einfach nicht weg. Und wir würden gern zum Sheriff, weil der hat nen Kran. Und dann kriegt er das nur raus. Und irgendwie müssen wir ja aber auch zum Sheriff kommen. Da ist der Sheriff. Da vorne, Twinkie. Oh mein Gott. Jetzt ist er weg. Und wir dachten, du bist ja ein Taxi-Mann unter anderem. Und unter Kollegen tut man sich ja auch den einen oder anderen Gefangenen. Wie letztens mit deinem Pickel am Rücken. Ich hab mich gut drum gekümmert und jetzt wärst du dran eigentlich. Nee, du sollst uns zum Sheriff bringen. Ja, aber Hurtick. Da ist der Sheriff wieder. Sonst rast ich voll aus. Ich sag's dir. Und das willst du nicht miterleben. Gut. Dann. Pinsel. Man, man sieht sich. Ja, der Pinsel kommt. Und der hat voll Angst gehabt. Richtig. So, so. Da war so ein Zittern in seiner Stimme. Kommt der her? Ja. Wann denn? Ja, heute. Ja, wann heute, du Knallkopf? Na, ich denk doch jetzt, oder? Ja, hast du nicht gefragt. Ja, also irgendwie hat er gesagt, die kommen jetzt vorbei. Aber, du kennst ja auch Pinsel und der ist nicht gerade sehr zuverlässig. Soll ich jetzt den Mini-Shake holen? Das ist doch nur da vorne. Dann ist da hinten, ne? Boah, ich lag die letzten Tage jetzt nur im Bett und... Ich war nicht im Bett. Ich war unterwegs. Ja, ja. Du bist immer unterwegs. Immer. Ich hab mit meinen Waifus geschettet. Oh, nö. Komm, das will doch keiner. Komm, das ist nicht so weit. Du bist ab heute mein Waifu, okay? Was ein Waifu? Mein Anime Sexkissen. Oh, Peanut, was hast du dir schon wieder angeschaut? Ich war im Internet am Surfen. Ach, nee. Drei Tage am Stück. Das kannst du doch nicht machen. Du hast ja geschlafen. Du beschäftigst dich nicht mehr mit mir. Du hast mich gar nicht mehr lieb. Du hast dich nicht mehr lieb. Twinkie hat mich nicht mehr lieb. Wir haben Ehekrise. Nein. Wir müssen Psychologen Eheberatung machen. Das soll helfen. Habe ich gehört. Nur weil ich drei Tage im Internet zwar mir Animes angeschaut habe. Ach komm. Ach komm. Verbrecher. Alles Verbrecher. Boy, das ist aber trist und grau hier, ne? Vor der Haustür. Vielleicht ist das Wetter nix los hier. Kalt. Ja, Tag auch. Hallo. Ja, Hallöchen Popöchen. Wir hätten gerne ein paar Shakes, Kuchen und Eis wenn möglich. Gut. Kuchen bin ich für zuständig. Shakes und Eis der Herr immer zu machen. Okay, dann schreiben sie mal gut mit dir her. Ich möchte gerne eine Waffel mit einer Kugel Schoko. Ich auch. Eine Kugel Stratzatella. Ich auch. Eine Kugel Schoko. Ich auch. Eine Kugel Stratzatella. Auch. Und oben drauf noch eine Kugel Schoko bitte. Auch. Wisst ihr was? Unser Auto wurde gestohlen. Und dazu hätte ich gerne drei Schoko Shakes, wenn möglich. Schokolade haben wir nicht. Wir haben Erdbeere, Banane oder Karamell. Ach, die hat ein Karamell. Ja, Karamell klingt gut. Ja. Oh, viele denn. Und hier drei. Also sechs. Ja. Herz allerliebste Jungs. Ja, richtig. Geh jetzt ab. So, und Kuchen hätte ich gerne. Der Bürgermeister hat sich nicht so am Mittwoch definitiv ein Date bezüglich Mafia. Also, was? Was? Beton-Mafia? Was? 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 Was hat die da gerade gesagt? Hat die gerade gesagt, ich habe nächste Woche mit dem Präsidenten einen Termin bezüglich der Mafia? Wo bin ich hier? Boah, wird schlecht. Was? Nochmal Schoko. Ich hab... Also Schoko, Stracatella, Schoko, Stracatella und Schoko. Das ist sehr wichtig in dieser Reihenfolge. Was wolltest du noch haben? Wer ich? Ja. Ja. Äh, Isaac möchtest du auch Torte? Oh, ne. Ne. Dann hätte ich gerne nur drei Stückchen nachher Torte. Ja. Entschuldigen Sie uns. Ja. Was hat die Frau gesagt? Ja. Ir... Irgendwie gibt's hier wohl ne Mafia. Aha. Die hat gesagt, die hat mit dem Präsidenten einen Termin. Nächste Woche bezüglich der Mafia. Das ist ja ganz schön gruselig. Geldwäsche hier. Geldwäsche? Ja, bestimmt die waschen Geld. Einen wunderschönen... Nicht so laut. Einen wunderschönen... Ja, wunderschönen Tag. Wo? Da vorne, die Frau. Mit den weißen Arren. Mit den weißen Arren? Ja. Hi Twinkie. Ja, was geht ab, Alter? Hast du angerufen? Hab ich gesehen gerade. Ja. Wir haben... Taxi... Und dann hat die eine Frau zu anderen Frau gesagt. Die hat nächste Woche einen Termin beim Präsidenten bezüglich der Mafia. Okay. Das ist alles schmutziges Geldwäsche hier. Okay. Alles schmutzig. Da müssen wir aufpassen. Bestellt den Jungs aus der Westside Grüße. Ja, machen wir. Ich weiß nicht. Hallo. Oh mein Gott. Hallo Pinsel. Hallo. Pinsel, du bist mein Freund. Ja, du bist mein Freund. Und deine Frau schmeckt es auch mein Freund. Und Twinkie ist mein Tötchen. Na, alle irgendwie freuen. Das ist ja ganz schön. Ich würde jetzt gern mein Eis haben. Ohne so. Das machen wir dann zusammen 790 Dollar. Oh Gott. Ja, dem jungen Mann hier vorne zahlt. Boah, warum muss ich immer zahlen? Ach komm, nur stell dich nicht an. Du hast jetzt mal 10.000 Dollar verdient. Du hast dich letztes Mal vor der Tankrechnung gedrückt. Stimmt. Oh ja. Das Tanken ist nur dann schon teuer. Boah. So, dann krieg ich von ihnen. Sei denn ne Mafia? Nein, die sind keine Mafia. Was hat denn die Frau da grad gesagt? Natürlich, das würde ich jede Mafia sagen. Wir sagen manchmal, wir sind die Beton Mafia, weil wir uns da mal morgens Beton machen mit LKWs. Wie macht man denn Beton? Mit der Spitzsacke. Mit der Spitzsacke? Okay. So, warte mal. Dann... Okay. Erstmal die Dame. Ja, geil. Ja. Mhm. Ich seh's, wie er anders ist gut in der richtigen Feinfolge. Schön, schön. So, dann kriegen sie auch schon mal die zwei Liter Mischek. Danke. Und dann der junge Herr. So, die Dame, ihr wollt da noch Kuchen? Ja, ich hätt gern drei Stücke Apfelkuchen, vier Stücke Käsetorte und ähm, drei Muffins. Was denn, Blaubeer oder Schoko? Schoko. Also, drei Apfel, vier Käse, drei Schokomuffins, richtig? Ja, richtig. Gut, mach ich fertig. Sekunde, bitte. Ja, supi. Okay, dann... Okay. Ich hab hier Angst, hier ist die Mafia. Wer? Pinsel. Ja? Hier regiert die Mafia. Ja, das war ich schon lang. Das war ich schon? Ich war gestern im Knast. Wie, du warst im Knast? 50 Minuten. Warum? Ich hab dir die Fischmann verboxt. Wen hast du verboxt? Sie haben einen Fischer geboxt? Didi Fischmann, ja? Wer ist das? Ein Chef von der Polizei. Du hast den Chef von dem Sheriff bauen? Ja, aber der hat meinen Freund verboxt. Da musste ich euch nicht helfen. Warum hat er den Freund verboxt? Also, Pina, was kommt denn da aus deinem Mund? Das war schön. Bäh, Entschuldigung. Ja? Den Sheriff darf man nicht aufpinseln. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Aber er hat es verdient. Ach, 390 Dollar? Nein. Taxi downtown hier ist. Erdnuss. Ja. Vielen, vielen Dank. Nein, ich bin Erdnuss. Gar kein Problem. Jawoll, ich schick dir jemand. So, einmal die Karte bitte drauf. Bye. Bitte. Wir haben gar keine Fahrer. Ich kann fahren. Stimmt. Aber ich kann nur nichts eintragen. Vier Käse kuchen. Oh, oder? Boah. Ich weiß ja. Mal gucken. Kannst du mir nochmal die auf Bluetooth schicken? Na klar. hier bitte ich guck mal nö was denn kennst du da nicht und das jetzt schon vier tage oder so ja das schon ein bisschen lächerlich soll ich mal gucken ob ich kann aber ich kann noch schwach fahren dann machen wir so dass ich die rechnung hat sie und dann gebe ich so ich war ja wir müssen erst mal zum sheriff ja machen wir unser auto wurde nämlich geklaut machen wir sofort 604 wenn man wirklich kein fahrer dann auf geht's ab geht's oder wie du vom jahr ist ja damit zum scherr ja zum scherr ok haben wir ein auto ja ein schnelles alle da rein ja wenn ihr steht ja ja wir haben kunden bei 604 war keine fahrer wie lasst ihr verstehen wir fahren zu zweit jetzt sind schnell mit denen jetzt ein date kommt mit wem haben date mit den wichtigen leuten wir können aber hoch oder ihr ihr fahrt schnell und ich mach den kunden ja oder so muss schon zum taxi fahren ja dann fahr ich zum taxi und dann 604 dann gibt die leitstelle aber mal ab jetzt blablabla danke fahrt ihr fahrt mit tommy seien tag die cashmark und ich weiß alles besser schon wieder umsack der warum rech wie so ein kleines kind ist der man ja dann hau den einen auf den kopf ehrlich ne da kann ich nicht dafür habe ich ihn zu lieben wobei dem wird das ab und zu mal helfen glaube ich dürfte mit tommy sein taxi fahren das ist nicht im tommy seins der meint nur dass wir dem das ist im taxi unternehmen ja kennst du das nicht sumpfarsch muss man trocken legen nein die hat kein sumpfarsch ehrlich nicht ich war die letzten zwei tage willi du alten arsch wird deine tochter niemals ja dann hör auf dich zu beleidigen okay entschuldige bitte sie hat keinen sumpfarsch ich hab das doch selber öfters haben die gesehen hinter dem sitzen gibt es ein speed limit meter das ist bei dem hier das bei dem revolter ist das hier keiner nein das ist ein vstr wie ist die taxinummer 5 5 5 5 5 5 7 mal die 5 aber hier steht mehr als 7 mal die 5 ehrlich dann hat wieder der ronny da drum gemalt und hier darf man nicht drin laufen ähm ja gut oh das bestand oh was machen die denn da ich wollte nur da steht halt nur smoke und äh wo sagst du 604 604 ja in drei sekunden kommt elsa um die ecke 1 3 2 2 3 4 wer kommt denn die ecke ich dachte elsa die komm ja was machen wir ja wir wollen doch zum sheriff fahren ja dann oh mein auto ist beim taxi was glaubst du immer sagst ne ich bin nicht beim taxi ne mein auto ist in der werkstatt filmen grad ein dann nehmen wir mein taxi ja dann los weißt du den schlüssel ne der ist im schlüsselkasten na dann kann ich sagen der hund kann kein auto fahren deswegen ist mein taxi geworden malin du hast mit dem hund taxi fallen schling doch nicht so es tut mir leid der hunger du computer spielsüchtige können wir mit dem hier fahren leider nein scheiße aber da ist verbaut computer was für ein scheiß auto ach komm raus da nimmst du einen schlüssel oder soll ich einen holen ich hole einen und gebe ihn dir ok oh sind das die verträge musst du mir unterschreiben noch ja stimmt dann musst du mir schreiben fürs tax max ok hier peanut danke peanuts und was zum twinkie na das liegt da hinten twinkie du musst auch unterschreiben noch was warum packst du dir da hin muss das alles richten hinten und vorne du musst unterschreiben da vorne da vorne mal Zeit schreibt jetzt nur ein pen schreibst du schon die sieht schon heiß aus ne guckst du dir an den pinsel da kommen mal die kurven wie eine formel 1 strecke ja hockenhainring komplett rund trinkie hockenhainring ja das kann man das kann man wohl so unterschreiben das ist einfach mein taum ja das ist deine frau schmecke das ist meine frau schmecke du bist meine frau schmecke ja richtig und wasch dir ja nicht die haare ich mag sie boah willst du mal treppen laufen ne und nicht schon wieder diese hohen treppen auch ach komm das geht schon das sind so schnell da wird dir aber ganz anders bei so welchen schlüssel hast du mir den jetzt gegeben vier knapp vier ich park aus ich hab's nicht voll zu tun knapp vier und die zahl gilt dir da ist nun kein werkzeugkasten drin na und brauchen wir einen theoretisch ja wenn wir kontrolliert werden haben wir ein problem ja dann müssen wir einen kaufen nee mach den weh ich ich hab nämlich aus aus dem vierten auto hier hab ich den gemopst für mein taxi müssen wir abschließen nö nicht nö was soll'n das du verkehrsraudi mit sowas darf man nicht auf der straße fahren lustig taxi downtown oh aber wir wollten zum schiff willst du ein bisschen leiser flüstern sir oh mit hilfen spinnt was ist ja geil ja ja wohin ist wer ist der reifen bläder reifen bläder reifen bläder das ist der aus star was jawohl schickt dir jemand das kann jetzt dauern tschüss hakan so hier waren wir schon mal die haben uns essensgutscheine versprochen und nicht eingehalten hier war ich im knast das war schön hast du hier jetzt auch hausverbot lass nicht drüber reden ist er der ja der da ganz im ernst sie wundern nicht warum menschen sie hassen sie abschauen oder nicht ja bitte schön und für heute dürfen sie draußen bleiben sein fb holt sie rein wow das habe ich schon nie erlebt was ist denn jetzt passiert ich weiß nicht wie gehen wir die sache jetzt an trinken wenn die abschauen sind wir müssen irgendwie kommunizieren dass unser auto geklaut wurde du machst das schon okay komm okay ich werde meine ruhige okay deine ruhige okay ein wunderschönen hallöchen na ähm wir haben ein kleines problem nämlich ist unser auto anschein verschwunden ich weiß nicht ob er wirklich in einem gulideckel ist aber das auto ist halt futsch haben sie ein kennzeichen ein kennzeichen das kennzeichen wäre kennzeichen war ja lse lse und dann dann ein g moment ja dann kommt 08 ja 03 ja wurde von der polizei abgeschleppt ist in der polizei verwahrstelle kann ich ihn jetzt aber aktuell niemand hinschicken den das auto auspackt warum wird das abgeschleppt stand ordnungsgemäß vor dem hotel ja unser auto wurde abgeschleppt hinsel vom sheriff vom sheriff rekruten und ausbilder können wieder hoch begründung ist ein park vergehen park vergehen das kann ja so nicht stimmen wir haben in fahrt die akte geparkt und nicht mal an der roten die ich mach hinschen so so hörte techno oder wie klein moment das los an der sheriff sie partner wir können weiter helfen wir haben uns einfach abgeschleppt obwohl du vernünftig geparkt hast ja ich verstehe so viel mühe habe ich mir gegeben und jetzt so war es das beleidigend also wie gesagt wurde abgeschleppt wegen falsch parken warum kann ich jetzt genau aus der akte nicht auslesen ich kann euch jetzt allerdings wie gesagt keinen schicken der euch das auto auspackt tut mir leid in einer stunde alles klar dann bedanke ich mich trotzdem sehr gerne einen schönen abend tschüsschen bei wow super einfach abschleppen und eintragen parkverbot oder parkvergehen ich sag's dir da hat einfach nur jemand provisionen gebraucht soll mir mal nachfragen warum der abschaum gesagt hat ja der steht da nämlich links denn denn du bist doch anwalt pinsel ja soll mir den fragen gehen ja ja aber du löst wann das twinkie komm ja wir trennen uns gerade merkst du was wir haben uns gerade getrennt ja was na ich bin da links und sie rechts twinkie was denn wir wollten nachfragen warum nicht sheriff abschauen ist ich glaube dass der chef von bürger lagen aber das geht uns doch nun wirklich nichts an oder ich bin neujahrt bürger bist du immer haben wir einen kunde weißt du wir fragen einfach später den burger brater und der wird uns da schon sagen können der hat uns beleidigt willst du ein paar auf fresse ja geh mal weiter tee kochen du ich liebe dicke menschen die sind so lustig dann komm her und gib uns was zu essen boah irgendwie kann ich schon was zu essen gebrauchen kenne nicht der was willst du denn für essen den hallo weg vom kofferraum ja nee das bin ich nicht ich hab nichts mehr zu essen scheiße was ist das denn für eine büffelhöfte auf beifahrersitz sommer willst du mich beleidigen kratzen meine torte an hat das ist deine trau oder quatsch du meine torte an ja das wusste ich nicht muss mal auf freundchen ich muss eben was richten und dann können das wie echte menschen pump den um twinkie pump den um ja dann muss wieder 15 minuten in die zelle ich kann wie eine welle sein genau ja ich überroll dich ja da wird mir auch nix meint weißt du was eklig ist was das ist was hat sie gegessen alles ich nehme sie mal mach ein foto von mir ich lösche sie das foto aber warum los zeig uns dein schönes lächel das ist unser chef ja genau ich beläst dich du hast uns beläst genau du hast deinen schwanz an unserem taxi gerieben diesen alten sack ja dann geh doch mal zur apotheke ja gut ich muss arbeiten ich habe wieder keine zeit verdrige menschen ich wünsche nicht schönen abend doch leider sie waren schwarz ja man nicht immer arbeiten wir müssen arbeiten ja arbeiten nämlich wirklich stinke was ja wir werden nicht Cody wir müssen später man wer ist Cody wo fahren wir hin der fängschnütchen wir wollten doch zum Gast burgerladen wurde zugemacht was hast du das gehört was kann doch nicht sein oder hey bist du bescheuert du Sonntagsfahrer wir müssen tanken wo wollten wir hin zum Sheriff wir waren wir waren geschont hatten wir nicht einen Gast einen Kunden einen Gastkunden einen Kundengast ist der Gast Gast oder Kunde wie sagt man Kunde Gas Freier Freiherr wir müssen ich muss tanken wo ist die nächste Tankstelle Pinsel äh die nächste weiß ich jetzt nicht du fährst gerade aus ok ich hab sie gehört der bürgerladen wird zugemacht will der bürgerladen wird zugemacht weiß nicht wir gehen protestieren wir gehen tanken will aber du kannst auch jetzt links fahren links ja genau dann fährst du rechts würfelpark an die Tankstelle wo die Motorräder zu kaufen geben Twinkie kannst du tanken aber natürlich ja guck mal so fährt man in die Tankstelle sein ja und das weiß ich selber ich hab das letztens echt nicht scheiße gemacht ja ja ich mach kurz Scheibe sauber ich will raus bevor der Ding in die Luft geht mach danke für den Prime 13 und vielleicht danke für der Wüß im 19 Pock ja was denn du musstest das machen ich muss das machen ja jetzt mach schon was tanken den Taxi dann super bleib also ich hätt jetzt Benzin getankt weil das irgendwie jedes Auto getankt ähm fragst du mich was fang ich nicht weil der reinkommt ja das müsste auch funktionieren sprich sprich da kommen ein trüpfchen ich mache lulu es ist bloß den chef sehen warum ich hab doch nur den Benzinschlauch genannt fast 1000 dollar wow was hat du will gesagt ich muss mal ihm ja was oh mein gut ich hab dich noch nie so rennen gesehen das scheint dringend zu sein wo ist die hin die die ist im Busch kacken hä oh da ist ein Taxi bitte den spalter ja ach da oh oh mein gott guck die ganzen beine raus was macht er was macht er schmeißeln jawohl also bella oh ok ich hab zum ersten mal mein lebt ehrlich und hat das geklappt ja hat geklappt sehr gut jawohl und gerade beim sheriff hat jemand gesagt dass der bürger lang wir müssen schnell zum pv also beide hat einen gerichtstermin ok ich warte auf die die bei der Polizei ok wo wir gerade waren ja schnell ja der hat gerichtstermin ok manometer alter peter boah ich kann gut fahren eh das ist verdammt gut ich hab viel gelernt und gelesen und führerschein hat es ja in dem portemonnaie schon drin ja den hab ich am flughafen bekommen ja da ist übrigens auch meine anwalt kann her ja ja willi werden taxi bestellt ich kommen sie rein zum gericht zur werkstatt unten zur wcp welche werkstatt nee warte wieder da navi dankeschön bitte anschneiden und herzlich willkommen bei downtown cap and co ich weiß es fährt die peanuts moz soll ich langsam fahren oder soll ich mich beeilen ja wir haben einen gerichtstermin fähren wir es zum gericht nee ich warte wohin fährst du ja ich muss ich hole ein auto vor der werkstelle unsere ja das war ein guter move ich hab alles unter kontrolle ich weiß nicht ruf ihn an und ich hab noch nie eine führerscheinprüfung gemacht ja das war ein guter move dir ja tu schee aber du bist so vor schon ein auto gefahren oder nicht ja nur bei diesem crash testing sonst noch nie kann so gut schon driften ja da hab ich alles gelernt geil wenn ich noch mal jemand hat der keine auto fahren konnte mit dem crash crash derby genau da lernt man keine angst mehr zu haben diesen sonder ist wieder crash derby da sind wir dabei ja das ist doch prima oh telefon moment oh 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 ja twinkie ja ich bin wirklich enttäuscht vor meiner nase bist du weggefahren du warst am kackengebüsch ich hab dich mal vorgescheuert fürs taxi du meinst das ist nur neu twinkie ja nochmal ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir der chef sagt du musst nochmal mit dem taxi ding da anfragen wir sind da ja wo bist du denn ich komm jetzt wieder ich danke bis später keine scheiße mehr wenn man jetzt ruft er an du sollt wo bist du twinkie bist du nicht mit opa willi das ist ja ein chaos twinkie ich kann unter stress nicht arbeiten ja du hast doch gesagt du kommst jetzt wieder ja wo seid ihr seid ihr noch an dem tankstelle ja schon wir müssten schnell den chef holen ich komm wo du sollst dir mal eine anfrage schicken ja dafür brauche ich erstmal diese app nochmal ok wir sind auf dem weg ich beeil mich ja boah jetzt sei nicht sauer auf mich ja ja komm wir sind nicht schon wieder quer ja komm einfach schnell ok ja wir sind eine minute sind wir da oh god oh god oh god entschuldigung oh man tut mir leid ja ich steig mal aus oh god oh god ich dachte es wäre schon alles raus naja ich war dann hier unter der Brücke ja da steh ich schon wow ich muss gerade mal lüften komm mir nicht komm schon seine tötchen mach jetzt nicht so komm ähm kannst du der twinkie nochmal die dings app geben ja ja wir haben übrigens schon kunden bei der polizei ja macht ihr das oder was machen wir ja wollt ihr den machen ich habe jetzt eine minute gewartet bis eine antwort was machen wir den kunden welchen den ronnie gesagt hat bei der polizei den haben wir doch schon gemacht ja noch einer der standard ja komm auf geht's aber da oh wir müssen halt auch mit twinkie nochmal autofahren lernen und wo fährt opa willi hin wo treffen wir uns gleich ja wo denn ja wo wo ist hi aber willi auch was weiß ich boah ich kann gut autofahren ja deshalb brauche ich felgen meinst du ich kann den chef schon fragen wegen was wegen felgen ja ich denke schon aber die musst du selbst bezahlen ja klar glaube ich ich bin sie trinkt ist aber von warum die hat doch gekackert ja hab ich auch gesagt es soll ne zauern sein hat jemand ein taxi bestellt ja ich hab eins bestellt okay dann viel spaß ne danke du bist da frei jo später guten tag dir einmal hin nein nein ich habe nicht so viel zeit ist geil sei nicht so unfreundlich tak 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 da ich müsste zum ls md Was? Zum, ehrlich gesagt, zum Krankenhaus? Zum Medical Department, ja. Also Krankenhaus? Heiko ist drei. Ja. Zum Krankenhaus. Okay. Hier vorne, da. Okay. Ich müsste aber erst noch irgendwo Geld abheben. Okay. Nee, wir schauen mit Karte. Okay. Sie können auch mit Karte zahlen. Die können jetzt bei dir mit Karte zahlen. Weil der rüber im Chat lacht, weil der junge Mann stottert, der wird hier weggebracht, ne? Also wollen Sie mit Karte zahlen? Ja. Also möchten Sie hier hin? Dann sind wir da. Wie weit war das? Das war nicht mal ein Kilometer. Doch, drei waren das. Das war ein Kilometer, wenn du behauptest. Drei. Nein, nicht drei. Drei, es waren drei. Nein, war nicht drei. Ein Kilometer. Dann gibt es zwei. Pinti, du machst die Rechnung. Ein Kilometer nur. So, ähm, ähm, ja. Okay. Bei wem zahle ich? Beim Pinsel. Willst du noch nicht? Was, ich? Du kannst jetzt auch. Da muss ich mein Handy kurz rauszahlen. Moment. Ich kenn das mit den Preisen noch nicht. Äh. Hast du der Twinkie das schon gezeigt? Pinsel? Ja, also ich hab's geredet mit mir. Sie ist sauer. Sauer. Ne, mach du mal die Rechnung. Ich muss mich da erstmal reinfußen. Ich hab, aber was denn, äh. Du hast siebenhundertsiebzig. Was denn, Twinkie? Ja. Aber er hat gar nicht mit mir geredet. Ich, doch, vorhin schon. Als du eigentlich stinkig hast. Sag, du bist sauer. Jetzt steig du mal aus. Was soll denn das? Ich will dich abziehen. Ein Kilometer nur Pinsel. Wenn ich 990 sag, was sagst du? Hallo. Hey, Pumkel. Ja, ja, ich bin dir. Das geht, ey. Big Mike. Nein, nicht Big Mike. Big Peanut und Twinkie. Wie muss ich das machen? Okay, wie viel willst du mir geben? Wie heißt deine Frau nochmal? Twinkie. Das ist hier ein einfaches Verschämtheit. Genau. Was heißt Peanut? Ja, aber wie zahle ich ihnen das? Nein, du machst hier das Gerät dadurch. Ah, ja. Ich brauche ein Taxi, aber ich weiß nicht, ob ich genug Geld habe. Und das ist... Ich bin frei jetzt. Ja, warte. Guck mal gut, ob ich genug Geld habe. Dann hole ich mir ein Taxi. Okay. Und ich warte kurz. Ich gucke, ob ich genug Geld habe und dann hole ich mir ein Taxi. Tschüss, beenden Sie uns bald wieder. Du kannst die Leute doch nicht über ein Ohr hauen. Die ist ja beim Quatschen viermal eingepennt. Ja, und? Wir haben schon wieder einen Kunden. Ja, den Pumkel. Ja, und noch einen anderen. Wo? Parkhaus. Drei, der... Wenn man die Hauptstraße weiter hoch... Hast du der Twinkie jetzt das Dings geschickt? Ja. Ja. Twinkie, hast du Angriff gemacht? Ja. Zugriff? Hm. Hast du? Ja. Ja? Bist du in dem Programm drin? Die Twinkie ist halt ein bisschen gereizt. Warum? Weiß ich nicht. Twinkie, warum bist du gereizt? Ich bin eingeschlafen. Wie bitte? Warum bist du heute gereizt? Ich brauche ein Taxi. Ja. Hast du denn Geld? Ich habe Geld, ja. Wo willst du hin? Äh. Ja, warte. Nein, ich muss überlegen. Ich streng meinen Kopf ein. Schneller. Wieselnews. Wo ist er? Ach, das ist Designstelle. Tankstelle. Wieselnews Tankstelle. Ich muss gerade einstrengen, mein Kopf. Das ist Design, wenn ihr beim Strand. Ah, nee, ich habe mich gar nicht eingestempelt. Oh, ich bin auch nicht eingestempelt. Oh. Du bist ein Taxifahrer. Doch, ihr seid doch eingestempelt. Ich bin Speed-Taxifahrer. Ja, ja. Dann gehst du deinen Sitz weiter nach. Nö. Du hast den vorne hin. Ihr müsst euch nicht ausstempeln. Ihr seid immer eingestempelt. So, genau. Und jetzt? Ähm. Auf dem Ding, da steht ja oben, wie das heißt. Taxmax. Lass das gleich machen. Ich kann nicht zuhören. Oh. Wie, du kannst nicht zuhören. Uiuiui. Bleib ruhig anschnallen. Wollen wir gleich tauschen? Dann fahre ich und erkläre es euch nebenbei. So, das waren drei Kilometer. Ich muss nicht bezahlen. Doch, musst du. Ich krieg 10% Rabatt. Du zahlst. Ich krieg aber 10% Rabatt. 1210. Ja, mach 5. Extra nur für dich. 5000? Ja. Okay. Machst du. Komm her. 5, 3, 0. Ja. Ja, okay. Ja, du musst da schon dein Grab durchziehen. Ja, hier bitte schön. Danke. Jetzt verpiss dich, du Flachzange. Danke schön fürs Trinkgeld. Du Pinner. Hallo. Hi, Pinner. Was gab's? Ich muss arbeiten. Ich ruf später nochmal zurück. Alles klar, mach das. Wir haben Kunden noch hier oben in der Straße. Wo? Ähm, hier oben. Ich will jetzt auch mal entspannen. Twinkie fährt jetzt. Ich erkläre euch jetzt das Programm. Du musst auch mal fahren. Ich muss mich jetzt erstmal durchfahren. Ich fahre Cocksack in den Ass. Hä, was fährst du mein Taxi? So, also, ihr habt doch das Programm. Warte. Das ist viel zu kompliziert. Okay. Nee, du hast dich eingestimmelt, richtig? Weiß ich nicht. Ich bin auf Bereitschaft. Ja, dann hast du dich eingestimmelt. Dann oben, wo Taxmax steht, drück mal auf Taxmax. Taxmax? Ja, da drauf. Wo? Dann einfach drauf. Ach, da. Ja, okay. Und da kannst du dich, ich sag mal, einloggen. Dann schreibst du hin, Ednuss. Und dann, in welchem Taxi du fährst. Und da kannst du die Kilometer eintragen. Wo sehe ich das Passwort? Ach so. Warte, das gebe ich dir schnell. Ach, da. Okay, hab. Aber da steht auch auf der Seite alles. Ja, ja, hab gefunden. Bist du eingeloggt? Warte. Dann darfst du übrigens keinem zeigen. Ja, ich weiß. Okay. Da steht Fahrer Peanut. Oder? Mit Nachnamen. Peanut Smolz. Und dann Fahrzeug Kap 04. Ja. Dienstbeginn. Okay. Anfahrt Los Santos Ausgaben. Tanken. Nein. Nein. Ja. Anfahrt LS Roots. Okay. Kostenlos. Rabatt gegeben. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Dann schreibst du einfach nur bei Meilen, wie weit die Fahrt war. Und wenn der dir, und egal wie viel der gegeben hat. Trage ich da ein. Trage ich es bei gegeben. Und wo muss ich das denn eintragen, dass ich eine Fahrt hatte? Oder füge der das automatisch hinzu? Dann zum Beispiel, mach mal einen Test. Aber nicht abschneiden. Geh mal einen bei Meilen 5. Meilen 5. Und dann auf Berechnen. Berechnen. Und dann steht da, der Preis ist bla 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 durch die ganzen Sachen. Ja. 1.650. 1.650. So. Wenn der jetzt so sagt, mach 2.000, dann trägst du bei gegeben 1 2.000. Rechne ich dann. Rechnen. Dann hab ich 350 Dollar Trinkgeld. Genau. Und dann übertragen, aber nicht jetzt. Du musst da die 5.000 eintragen. Also ich muss dann auf Übertragen gehen? Ja. Und dann ist dann durch. Ah, okay. Das ist ja einfach. Ja, aber dann musst du noch die 5.000 jetzt so machen. Okay. Aber das trage ich auch ein. Ja, das musst du jetzt auch machen. Drei Meilen waren das nur. Der hat 5.000 gegeben. Berechnen. Dann hab ich 3.790 Dollar Trinkgeld. Übertragen. Hab ich. Gut. Boah, das ist ja super einfach. Und das kriegst du am Freitag? Ausgezeigt. Ausge... Ist heute Freitag, also morgen. Boah, das ist super duper einfach. Wir hatten hier einen Kunden, der ist jetzt weg. Fuck you. Trinki, hast du auch verstanden? Ja, ich denk schon, ja. Hast du dich eingeloggt? Hm, ich bin eingeloggt, ja. Und dann gibst du da einen zum Beispiel Anfahrt L.S. oder so, ne, von wo du angefahren bist? Dann was, wie viel Meilen du gefahren bist? Immer wo du die abholst, da, wenn du in Paledo sind musst du Paledo einträgen. Immer wo du die abholst, weil je weiter weg von der Stadt hier, desto teurer die Anfahrt. Sibo, Dankeschön für den Prime 6 und Madjunk, danke für den Wissabend 3. Und eigentlich, was ihr noch machen müsst, aber das mache ich auch nicht. Wenn ihr auf die normale Seite, wo Bereitschaften so steht, da gibt es unten einen Reiter, da musst du Fahrtenbuch auswählen. Und da, Taxi Downtown. Und wo bist du? Dann brauchst du doch kein Taxi zum Kleidungsland. Okay. Bis dann, Sir. Aber ich starbe in 7 Kilometer. Bye. So. Und dann im Fahrtenbuch könnt ihr ein, wann ihr euch angemeldet habt und abgemeldet. Okay? Aber das mache ich auch nicht. Ich bin zu faul. Okay. Am Anfang habe ich... Du vereinfacht. Ja. Bist du Fan? Oder denn ne Frischnecke? Ja, Twinkie, fahr du mal, oder? Ja, dann mache ich auch mal Geld. Ja. Okay. Aber die Anfahrt berechnest du jetzt mit, ne? Sieben Kilometer wird dahin? Ach so, ne. Das, wo wir hinfahren, ist Sandy Shores. Und dann eintragen Sandy Shores. Das ist ja schon die Anfahrt jetzt. Aber die Anfahrt ist von Los Santos. Ja, da musst du Sandy Shores umstellen. Ne, warum? Wir fahren doch von Los Santos an. Nach Sandy Shores. Ich glaube, du hast das mit der Anfahrt nicht verstanden. Ne, du. Ne, du. Anfahrt ist, wo wir den abholen. Nein, Anfahrt ist, von wo du anfährst, zu deinem Kunden. Ja, aber dann ist er doch immer die... Ja, dann ist der Tagsmax dumm. Also Peter hat es falsch gemacht. Nein! Wir sind jetzt gerade in der Stadt gewesen. Wir müssen jetzt nach Sandy Shores. Also es ist die Anfahrt LS. Weil der berechnet doch in dem Tagsmax die Anfahrt auch mit rein. Du Knallkorb-Pinsel. Mir was... Du hast die ganze Zeit falsch gemacht. Nö. Doch. Nein. Na boh. Dann würden doch alle Taxifahrer nur noch im Palais durchstehen, weil dann von dort aus alles teurer ist. Ja klar, Reis. Reis, ich könntest du das machen, weil dann die Anfahrtskosten richtig teuer sind. Ja, Hasbeth hat es von mir gesagt, dort wo der Kunde steht, das trägst du an als ein Anfahrt. Das sind aber dann die Abfahrt, müsste das heißen. Mir doch egal, ich bin kein Deutsch-Terrasseur. Ich auch nicht. Aber ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Aber ich, und jetzt lass mich in Ruhe. Lass du mich in Ruhe, du Arschloch. Nein, du sagst... Das ist mein Freund. Wir sind Freunde. Jetzt kannst du üben gerade. Gesundheit. Oh Gott, war das süß. Ich muss kotzen. Oh mein Gott. Spreche Schmetterlinge. Das waren jetzt sieben Kilometer. Das muss Trink hier beeintragen. Nein, das muss ich nicht eintragen. Dann frag ich Hansi-Peder nur noch. Ja, ruf an. Ich mach das, ne? Ja, mach. Mach ich auch. Er sagt dann, die Fahrt dorthin ist immer ohne einzutragen. Und ab wo man den abholt, da trägst du einen. Hier tragen wir einen Sandy Shores. Guten Tag, Chef. Das ist doch der Chef, ne? Ja. Du kannst schon recht gut fahren. Ja, die wird immer besser. Ich ruf den, der geht nicht dran. Dann fragst du Willi. Dann frag ich Willi. Ach, ein bisschen schwierig. Ach, Willi ist auch Chef, ne? Ja. Taxi ist da. Was ist los? Ja, wie nass. Ja, was ist? Hier bei dem Taxometer, ne? Ja. Oh mein Gott. Ja, da muss ich es schon verweichen. Warte, der Pinsel quatscht wieder. Da steht ja Anfahrt, ne? Ja. Wenn ich jetzt unten in der Stadt bin. Ja. Und jemand ruft an und sagt, ich soll dir noch Sandy Shores abholen. Dann trägst du ein. Sandy Shores ist dann Anfahrt. Aber die Anfahrt ist doch aus der Stadt nach Sandy Shores. Nein, nein, nein. Die Anfahrt berechnest du. Also wenn du jetzt Bonn der Stadt in... Also wenn du jemanden in der Stadt holst, dann ist das die Anfahrt Los Santos. Holst du aber jemanden in Sandy Shores ab, fährst du ja da hoch. Also ist das deine Anfahrt Sandy Shores. Okay. Ja? Dann weiß ich Bescheid. Okay, super. Hallo, Hilfe, ich steig mir Hilfe. Wir haben kein Geld. Hi. Wir haben kein Geld. Überfällt euch einer? Hier ist jemand maskiert, ein Schling. Wo musst du hin? Ach, der Ronny soll dir mit dem Glaserschwert einhauen. Ach, ich glaube, das ist ein... Ach so, okay. Okay, Willi, bis gleich. Ja, bis gleich. Tschö. Hallo, warum haben Sie eine Maske auf? Was besser ist. Warte mal, wohin fahren wir? Pillbox, krankhaus. Pillbox, krankhaus. Pinsel, du musst GPS eintragen. Hab ich. Wie viele Kilometer sind das? Zwölf. Gar nicht. Fünf. Fünf Kilometer. Na, Pinsel, das geht. Wer bist du? Ja. Ich zieh dir die Maske ab. Sag mir, wer du bist. Auf dem Mittelfinger zu zeigen. Nein, ich zieh dir die Maske ab. Wer bist du? Wer bist du? Guck doch, ich hab die Maske ab. Ranjit? Blöd. Jetzt schau sie ihn hinter. Ähm. Markus? Nein. Nico? Nein. Aber mit Wärmer. Raphael? Nicht ganz. Donatello? Nee. Michelangelo? Der richtige Anfangsbruch. Aber schon mal. Ähm. Magnus? Die ersten beiden sind richtig. Michael? Nee. Martin. Michael? Martin auf Englisch. Martin. Tino. Martin. Marvel. Marvel. Marco Polo. Eine Frage, ne? Ja. Wenn wir jetzt zusammen fahren, Taxi, wie machen wir das denn dann? So tragen wir beide das selber ein? Nein, nur du, weil du fährst. Also. Ich dachte, wir könnten da vielleicht schummeln. Nein, nein, nein. Nein, nein. Die haben ja die Finanzen. Das wird ja per Rechnung bezahlt. Willi und ich waren immer so abwechselnd, egal wer fährt. Und der ist natürlich auch gut, oh mein Gott. Aber mir ist dann ruhig, ich brauche keinen. Wer? Die Dame, die fährt. Die Twinkie. Das habe ich am Flughafen bekommen. Achtung LKW. Pass auf, Gehenverkehr. Ja, alles gut. Keine Sorge. Alles im Griff. Okay. Wenn du das sagst. Ich vertraue dir das auch. Ich schneide mich mal besser an. Ach, du bist doch ganz schön geschnallt? Nee. Oh, pass auf. Twinkie kriegt das schon hin. Ja, ja, klaro. Ich kenne mich hier aus. Ja. Hast du was getrunken? Nee, nee. Ich bin Fahranfänger. Boah, wenn ich das sehe, denke ich, ich habe was getrunken. Was geht da, Mädel? Oh, schon. In blöden Lenkrädern. Vielleicht deine Schulter massieren, Twinkie? Und jetzt bloß nicht rumfummeln, bitte. Das können wir heute Nacht machen. Okay. Jetzt kann ich das gar nicht kaufen. Oh, keine Sorge. Heute reiben wir uns wieder mit Kuchenglasur ein. Ja, und Mayonnaise. Warum keine Erdnussbutter? Stimmt. Ist ausgegangen. Wir können neu kaufen. Ja, okay. Bis dann. Das war... Ja, wenigstens wir gleich mal gerade raus. Was passiert? Ich finde sie mal da super. Danke. Kein Ding. So, dann... Das ist gerade hier drüben, also auf der Seite raus, wo es nicht mehr kommt. Und wir haben sogar direkt noch einen Kunden hier. Oh, süß, so passt doch. Oh, jetzt müssen wir jetzt nur parken. Das dauert jetzt einen Moment. Oh mein... oh mein Gott. Das war ein... Das war ein Sheriff-Authorror. Ja, steigen Sie einfach raus. Bei wem bezahle ich die Rechnung? Bei mir oder... Ja, du. Ich komme... Du machst... Du machst die Rechnung. Quinky und ich fahre zum nächsten. Okay, lass mich erst mal hier... Abendfahrt war Sandyshows und 5 Meilen. So, Sandyshows, 5 Meilen. Ja. Ähm... Oh, das wird aber teuer, der Herr. Oh! Oh! Okay, und dann kommen sie auch mehr. Hallo, willkommen bei Downtown Cab. Schneid dich an! Ja, natürlich. Gut. Einen Moment, Twinkie muss noch Rechnung machen. Machen Sie da. Wissen Sie denn schon, wo Sie hinwollen? Ja, ich muss auf der Verwahrstelle. Verwahrstelle? Ja... In der Stadt? Ja, ich glaube schon, da muss mein Auto sein. Okay. Gut. Das sind 2,5 Kilometer. Nein, 3. Ach so, nein, 2,5. Ja, aber das kann man in einen Tränen. Also muss man aufrunden. Ja, immer. Auch bei 2,01 runden wir auf auf 3. Okay. Und bei 1,97 fährst du so lange rückwärts, bis da 2 steht. Oh, so. Okay, auf geht's. Ich hab mein erstes Geld gemacht, was sagt ihr dazu? Wie viel Twinkgeld hast du bekommen? Ähm, 500. Also, ein bisschen weniger als 500. Also, er hat 3.000 gegeben, musste 2.585 zahlen, ja. Nächstes Mal zeig ich ihm ein bisschen mehr Schulter. Sind Sie im Taxiunternehmen oder was anderes als Taxiunternehmen? Ich bin schon im Taxiunternehmen, unter anderem. Und was noch? Ja, das geht sie jetzt so gerade gar nicht so an, der her. Oh, ich bin schon mal. Vielleicht kann ich sie ihm irgendwann mal erzählen, wenn sie so wirken, als hätten sie Interesse. Hi, du bist... Hallo, wir sind verheiratet. Nein, ich dachte, ich vertecke ihm jetzt ein paar Drogen. Ach so, nein. Oh, mein Gott. Oh je, sag mal, hast du überhaupt einen Führer? Ach ja, stimmt. Ja, ich hab dem einen Flughafen verkauft. Ich habe... Keine Sorge, bei uns sind Sie sicher, dennoch werde ich mich vorsichtshalber mal anschnallen. Festhalten! Au. Wir sind da. Okay, sehr gut. Das macht dann... Wo muss ich die Rechnung bezahlen? 1.210 Dollar. Bei mir kann ich bezahlen. Nein, beim Fahrer. Steig aus. Soll ich ihn die Tür aufmachen? Hallo? Hallo? Ich hab's dir so gemeint, Sir. Dummelein. Los, rück die Kohle raus! Guck, deine Taschen. Und die Kohle! Ist das richtig schwer? So, sorry, bei wen kann ich bezahlen? Bei mir auch. Hier draußen. 1.210 Dollar. Außen, Sie wollen vielleicht Trinkgeld geben. Oh, wie kann ich bezahlen? Hm, ich geb Ihnen gleich mein Kartenlesegerät. Da müssen Sie Ihre Karte dann durchziehen. Möchten Sie Trinkgeld geben? Ich weiß nicht, wie viel Geld ich hab. Mach mal 2.000 Dollar. Guck mal, da vorne ist ein Bankautomach. Da kannst du gucken. Also du hast eigentlich... Ah, warte. Ich komm mit, falls du wegrennen willst. Ähm... Ja, mach 2.000 Dollar. 2.000? Ja, 2.000. Bisschen Trinkgeld. Ui. Oh. Ui. Moment. Ja, kein Problem. Kann diese Gerät, ja. Da, bitteschön. Einfach Karten durchziehen. Marie, bitteschön. Dankeschön. Kein Problem. Und werden Sie uns bald wieder. Natürlich. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Ja. Hau rein. Ich fahre nicht viel Geld. Ansonsten musst du vom Trinkgeld leben. Okay, alles klar. Wir haben... Ich hab sieben Monate... Willst du jetzt wieder fahren, Twinkie? Haben wir denn schon einen Kunden? Weiß nicht. Festhalten. Nö. Ja, dann warten wir erstmal auf den Kunden. Und dann fahr ich wohl wieder. Ist der bewusstlos? Der liegt da. Wo? Der ist vor meinen Augen zusammengeklappt. Ich weiß nicht, warum. Ach, der? Oh, so ein Ton. Schnell hin. Ich dachte, der simuliert. Hallo? Hallo? Was ist passiert? Ja, keine Ahnung. Der lag hier. Ich dachte, er hat sich einfach hingelegt zum Ausholen, aber der ist da wirklich umgekippt. Aber der hat die Rechnung noch gezeigt fürs Taxi. Ja, dann ist unser Job getan. Bye. Ruft ihr schon Krankenwagen? Ja. Super. Ist der ansprechbar? Nee, ist nicht ansprechbar. Ach du heim. Habt ihr den überfahren? Nein, Quatsch. Ist der nicht ansprechbar? Ja, sicher? Nein, der ist nicht ansprechbar. Nicht ansprechbar. Das Taxi ist schon da vorne. Naja, ich hab das leider nicht gesehen. Ich hab das nur gesehen, als ihr weggefahren seid, dass er da lag. Der ist umgekippt, nachdem ihr die Rechnung zahlen musste. Aha, okay. Können wir dir schon gehen? Darüber lacht man nicht. Ja. Äh, doch, schon müssen. Nein. Oh, wir haben einen Kunden. Okay. Taxi dann. Der überlebt das schon. Ja, wir machen das. Alles Gute. Tschö. Ciao. Pass auf euch auf. Tschö. Ich hab Hunger. Ich versuch's mal sonst zum Spanisch. Oh, da ist mein Kunde. Ach, das ist dein Kunde? Hey, das kann man aber freundlicher sagen, ne? Ja. Jetzt wirst du um die Kohle gedreht, bist du wieder am Rad? B.O.J. Ich weiß, ich bin nicht doof. Wir kommen. B.O.J. ist ziemlich groß, oder? Ich glaube schon. Oh, machen wir. Wir kommen zum B.O.J. Ich hab Hunger. Bye. Oh, geil. Willst du auch rein, hier? Ich reich dir runter. Ja, gerne. Da, Pinsel. Danke, ist ja nett. So, ist Sandy schon was, ne? Oder, Pinsel? Kein Cent. Erstmal eine Dose Ravioli im Taxiöffnung. Ja, es ist Sandy schon was, Trinkie. Das ist auch da oben. Nee, das ist rund 68. Ach so. Ach so. Ach nee, Quatsch. Das ist Sandy, ja. Ah, okay. Ich weiß auch nicht, wo was ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gucke mal so, dass es teuer genug ist, dass ich überlebe. Du bist ein richtiger Schnurri. Ja, sure. Und du betrügst. Oh, ja. Ja. Das ist nicht nett von dir. Das ist wirklich nicht okay. Gestern habe ich ein Auto gemobbt. Und du warst im Gefängnis. War es zufällig unser Auto? Ist das schwarz? Ja. Da. Was? Das sind zwei Sitzer. Nee, vier. Ja. Ja. Oh. Hat das hinten so lang wie beim Taxi? Keine Ahnung. Ja. Ich denke. Hat das schwarze Reifen? Ja. Ja. Und Fenster. Und Fenster. Und Fenster. Du hast erst unser Auto geklaut, Pinsel. Nein. Ich dachte, du bist unser Freund. Es war blau. Du dummes Arschloch. Na was, wenn du farbenblind bist und eigentlich war es schon schwarz? Aber schwarz ist. Aber schwarz ist. Oh. Du hast einfach ein Auto geklaut. Habt ihr ein Elektroauto? Ja, dafür zahlst du. Oh. Dafür zahlst du. Ja, tut mir leid. Ich zeige euch, wo es steht. Ja, an der Polizeiverwahrstelle. Ja, an der Polizeiverwahrstelle, weil du es nicht gut geparkt hast. Nein. Es steht an meinem Haus. Du bist so ein Schwanzlutscher dafür, wirklich. Das ist halt nicht cool. Wir hassen dich. Ja, also korrekt ist das nicht. Ich dachte, wir sind Freunde. Fahr mich langsam, Mann. Ich spring raus. Nein. Fahr schneller, Twinkie. Ich kann nicht schneller. Wir sind nach vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hab ich da gerade gehört? Wir müssen rechts runter. Was machen wir denn, wenn das Taxi kaputt geht? Genau, was dann? Müssen wir das eintragen? Ja. Ich werd's einfach nicht tun. Kein Fahrtenbuch. Ich hab kein Fahrtenbuch. Das ist mein Schuhfach. Du bist gleich im Handschuhfach. Hab ich rausgeschmissen. Oh. Hab ich rausgeschmissen. Da sind nur noch die Mackie-School-Ports drin. Echt jetzt? Scheiße, wir müssen zurück. Was? Ach nee, warte. Wir haben den Kunden. Außerdem hab ich die Coupons da rausgeholt vorher. Oh, okay. Dann ist es gut. So. Gleich sind wir schon da. Irgendwo hier soll die sein. Eine Frau? Da. Da. Die Kranke. Hallo, haben Sie ein Taxi? Aua! Schön vorsichtig, die Dame. Was haben Sie gemacht? Wieso rennt ihr auf euch Strasse? Keine Ahnung. Hallo, haben Sie ein Taxi bestellt? Ja, ich war da. Dann steigen Sie ein, junge Dame. Haben Sie sie wehgetan? Wo geht's denn hin? Ich muss ganz schnell, ich muss wirklich ganz, ganz schnell zum Erdbeerfeld, bitte, so schnell wie möglich. Erdbeerfeld, Ronny, bitte. Aber Sie sehen viel zu schick aus fürs Erdbeerfeld. Ich muss da leiden. Du bleibst mit den Schuhen in der Matsche stecken. Ja, da ist aber mein Auto und ich wurde sozusagen mitgenommen. Ich möchte hier nicht mehr bleiben. Okay. Und der Typ, der quatscht mich die ganze Zeit an. Welcher? Soll ich den Popffresser holen? Nein, nein, nein. Ich schlachte ihn zu Brei. Nein. Einfach schnell zum Erdbeerfeld, bitte. Ja, klaro. Kein Problem. Das sind 3,5 Kilometer. Nee, 4. Ja, aufgeruhen. Mein Bein. Was ist mit Ihrem Bein? Soll ich mehr Platz machen? Ja, können Sie ein Stück vorrutschen? Sind Sie angequetscht? Ja, das wäre ganz nett. Nein, kann ich nicht. Nein, ich wollte einfach nur schnell da weg von dem Typen. Wurden Sie belästigt? Nee, aber fast. Und er macht die ganze Zeit Klingel-Anruf. Wie nennt man das? Dann geben Sie mir die Nummer, ich klär das. Bitte nicht. Ja doch, ich mach das. Wir überrollen den einfach. Bitte nicht. Twinkie hat auch mal einen Stalker. Ja. Ja. Und dann hat die den geheiratet. Er ist kein Stalker. Ich hab auch immer angebimmelt. Und stand bei der vor der Scheune. Da wäre ich aber auch weggekommen. Pass auf! Oh mein Gott. Mein Gott, wo haben Sie denn Ihren Führerschein her? Von Flukam. Ich glaube, der Pinsel ist kaputt. Hehehe. Hahaha. 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 Fahren Sie immer so? Äh, ich geb mein Bestes hier, also sonst war ich eigentlich schlimmer. Okay. Ich streng mich echt an. Ach, das passt, das passt. Nein. Ich freude. Pinsel warst du kurz kaputt im Handschuhfach? Ja, ich hab mal kurz hinten den Kopf reingestellt. Hahaha. Hahaha. Aber wir sind ja auch fast gleich schon da. Ja. Ja, man riecht förmlich den Sex schon in der Luft. Hahaha. Ja, das Kinderfell. Ich hab's hier in Downtown. Hahaha. 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 Ich bin dran vorbei. Hier muss ich raus. Alles super. Hier. Wo zahle ich? Hier bei Twinkie. Hahaha. Kommen Sie. Bye. Ich fahr nicht runter. Ach, scheiße. Hahaha. Das wär lustig. Hahaha. Schick sie die einen nach rechts in ihren Kreisen. Hahaha. Da hab ich Albträume von, dass ich in dem Kreis stehe. Das schmerzt mir in der Seele, wenn ich das machen müsste. Hahaha. Weißt du, ich denk mir immer so. Da krieg ich einen Nervenzusammenbruch. Hahaha. Ich denk mir immer so. Ja gut, heute bin ich vier Stunden mal unterwegs und will weiter leben. Ich will Action, ich will Spaß. Und ich will nach Hause kommen und sagen, boah, heute hat ich viermal Getreide gefahren. Hahaha. Das war ein erfolgreicher Abend. Hahaha. 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 So, haben wir einen neuen Kunde? Ja. Wo? In die Kasse. Das ist die Schlappi-Dings unten in der Stadt, ne? Ja. Oh, scheiße. Boah, wenn ich solche Kreise sehe, krieg ich echt einen Nervenzusammenbruch. Ja, ich auch. Hahaha. Das stimmt. Ne, ich stehe auch. Hallo. Oh mein Gott. Oh ja, der ist schon mal leid. Der hat mich gehauen. Äh, sie. Warum, Twinkie? Ich hab gar nichts gemacht. Oh, ich auch nicht. Da muss ein Vogel in die Scheibe-Batsch. Oh, meine ganze Fresse tut weh vom Lachen. Das Schlimmste für mich sind Kreisgrunden und ähm, Zeugsplücken. Hahaha. Ich hab noch nie in meinem Leben jemanden kennengelernt, der fünf Minuten braucht um einen Satz auszusprechen, Alter. Ja, sorry. Hi. Wir haben kein Taxi-Schild mehr auf dem Dach, hab ich grad gesehen. Oh. Ach. 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 Ich bin... Ich bin... Hahaha. Twinkie, verpass dir meine Massage, der muss sich mal beruhigen. So, hier war's. Mhm. Ja. Können wir hier nicht so ein Dings kaufen, Bahndreieck? Brauchen wir eins? Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Ich spring schnell rein. Was brauchen wir alles? Muss im Kofferraum gucken. Und warum im Kofferraum? Ist das nicht im... Wir haben doch Bahndreieck und Verbandsgasten dabei. Werkschein? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Boah. Ich hab in meinem Augen getreten, Alter. Sie sind sau teuer, deswegen klau ich die in anderen Taxis. Wie teuer? Deswegen hat der hier keinen. Batsch, guck. Boah. Boah. Oh, jetzt mal fotografieren. Geil. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Hallo. Ich bekomme einmal die sieben Donuts und... Was kostet ein Werkzeugkasten? 2000... Okay. Nur die sieben Donuts, bitte. Hier, bitte. Die wollen 2500 Dollar für ein Werkzeugkasten. Das verpiste ich. Das ist ein Neuwagen. Nein. Boah, die Tür ist auf. Und... Wir haben jetzt hier verloren. Egal. Auf geht's zum Kunde. Besser anschneiden. Ah. Wir sind bei Angel Customs gleich. Ist das hier überhaupt noch ein Taxi? Welchen Kunde ist? Welchen Kunde ist? Ah. 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 Komm da hin. Wenn du hier nur mal ordentlich fahren würdest, ne? Ich fahr ordentlich. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ich hab gerade nur nicht die Tür gesehen. Das ist nicht so ordentlich. Ah. Was machst du da? Ich würd ja im Rückspiegel gucken, wenn wir noch einen hätten. Ich würde ja im Rückspiegel gucken, wenn wir noch einen hätten. Ach, siehst du? Kann ich das Mittag machen? Ja. Bitte. Ja, bitte. Aber es gibt doch keinen Burgerladen mehr. Ja, dem gehen wir auf den Grund. Da fahren wir hin. Ja. So. Und was lernen wir da raus? Immer aus den anderen Taxis klauen. Okay. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab? Ja. Oh, hier sind Leute verunfallt. Oh, hier sind Leute verunfallt. Ja. Angels Customs. Oder fährt Willi dahin? Was für nen Parkplatz? Ja. Boah, dieser Pinsel antwortet einem nie. Oh, Twinkie, jetzt fährst du, wir bouncen. Also erstmal müssen wir einen Kunden holen bei Angel Custom. Und dann muss ich wohin? Wie schnell darf man hier fahren? 100. Okay. Ich fach 108. Ach, Toleranz. Da war ein Schild. Okay. Oh, mein Gott. Pass mal auf. Wenn du das nächste Mal nochmal so schnell fährst, ne? Dann zieh ich dich aus deiner Karre raus. Dann stimmt er mit dir nicht. Rechts vor links, du Affe. Oh, ich hab Heilschmerzen. Was nen Kackspaten. Ja. Ach. Taxi ist da. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. 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 Oh, der hat hier ne Glatsche. Oh. Muss einmal zum Yellow Jacket in. Yellow Jacket in. Jacket. Mhm. Yellow Jacket in. Da gibts ja nicht. War aber eigentlich alles okay am Telefon? Ich hab da schon ein bisschen Sorgen gemacht. Was war denn? Du warst so komplett komisch. Ich hab da weggetreten. Yellow Jacket in. Ach du Scheiße. Manchmal treffen wir den auch weg. Wo ist das? In der unser Auto klaut. For Sandy. Im Norden. Ach so. Oben, Sandy Shores. Ja genau, For Sandy ist Yellow Jacket in. Da waren wir mal essen, glaub ich. Oder? Ja. Ah, da. Das sind fünf, das sind sechs Kilometer. Mhm. Okay. Oh, das wird teuer. Soll ich schnell fahren? Nee. Oder wollen sie sich ein bisschen noch die Stadt angucken unterwegs? Nee, nee. Ach, ich kann nicht mehr. Ha. Geheimgänge, damit sie ein bisschen Geld sparen. Aha. Fahren sie sich direkt auf den Unterstate? Da fahren wir ja grad hin. Über den Bürgersteig. Oh. Ja, da sind keine Ampeln auf dem Bürgersteig. So können wir, haben wir grüne Welle. Ah. Und die Küsten? Alles gut. Waren nur Pappkartons. Festhalten anschneiden, bitte. Oh, Jesus. So, hier haben wir keinen Stau, weil uns die Autos entgegenkommen. Ja. Ja. Nein, pass. Ja, du lachst jetzt, Pinsel, ne? Warte mal ab gleich. Gleich lach ich nämlich. Weil ich plane vor. Ja. Du hast nämlich vergessen, dass auf der rechten Seite grad ein Unfall war. Dann würden wir im Stau stehen. Ja, nee. Und die Bahn ist frei. Ja. Wer lacht jetzt? Ja. Ich nicht mehr. Ja. Ach, meine Haare ist. Der junge Mann möchte doch schnell zu seiner Bar. Da siehst du, wer lacht jetzt, Pinsel, hä? Du Kokosnussfucker, du. Und jetzt können wir wieder rein, zack, und schon sind wir im Stau vorbei. Ja. Wer denkt hier wirtschaftlich? Ich oder du? Und du bist clever, aber da war doch gar kein Stau. Da war wohl Stau. Oh. Siehst du? Und ich bin rechtzeitig rübergezogen, sonst hätten wir jetzt einen Frontal-Crash gehabt. Ja. Das stimmt. Ich bin einfach der klügste Mensch. Na Gott. Ich geb nur einen Gott. Peanutschmäusch. Ja. Und deine Frau Twinkie. Geil so. Ja. Ich bin Twinkie. Baby, mach mir den Brummenschrei. Ja. ohhh ohhh. Ohhhhhhhhh. Ohhhhhhh. Boah, ich bekam nicht genug davon. Ohhhhhhhh. Ohhhh. Wir sind gleich da. Oh my. Oh, wir sind gleich da. Wo hast du den Drift gesehen? Ich bin nicht sprachlos. Die Bauern protestieren auch wieder. Warum fahrt denn heute jeder mit dem Dracker rum? Was ist mit dem? Wir sind da. Sein Scheiß Ernst. Ich muss mich abschneiden. Hallo. Halt da rein weg, der muss noch bezahlen. Bleib stehen. Ich habe vergessen zu bezahlen. Ach so, ja. Ähm, Moment. Taxometer stand. 1870 Dollar wird das machen. Außer sie müssen noch ein bisschen. 1870. Außer sie müssen noch ein bisschen Trinkgeld geben für meine perfekten Fahrkünste. Ja. Dafür, dass ich noch am Leben bin, kriegst du von mir 1500. Alles gut. Aber sie müssen 1870 zahlen. Ups. Dann habe ich es dir falsch verstanden. Dann bin ich in 2000. 2000 dann. Okay. Mit Karte, ja? Genau richtig. Da einmal die Karte bitte durchziehen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dann, äh, äh, ja. Ja? Was denn? Dann, äh, alles, alles, äh, ja. Wir sehen uns. Nein, wir sind doch Freunde. Hör mal, Sheriff, du Partnern aber hier nicht, ne? Das ist eine Unverschämtheit. Da arbeiten Leute hier. Äh. Nix, äh. Wo müssen wir hin? Weit, weit weg. Ja, wir haben jetzt keine Fahrt erst mal. Dann machen wir Mittag. Ich dachte, wir wollen zu Kautis. Dann können wir ja Mittag machen. Ja. Okay. Der hat ihm 250.000 Trinkgeld gegeben. 250.000. Ach. Die Frau gerade hat gar kein Trinkgeld gegeben. Hat die nicht? Verdammte Erdbeerfeld-Arbeiter. Ich sag's dir. Oha. Müsst du mich auf Pause eintragen? Nein. Nein? Nein. Okay. Bleib einfach dran und ich vergebe die Fahnen. Okay. Wenn die anrufen. Sag mal. Wo hast denn du deinen Führerschein her? Hast du deinen gewonnen? Im Lotto? Ja, vom Flughafen. Woher sonst? Ja, das glaube ich. Den kickt man, wenn man hinkommt. Frick, ey. Ja, bei dir kickt er dem Kopf, Junge. Gleich postest du von rechts. Ich pulle ein. Was denkst du? Denkst du, du bist Paul Walker oder was? Ich pulle ein. Gleich drück ich auf meine Nostpolle, Junge. Da bin ich weg. Der Umland sieht auch wild aus. Boah, fallen die alle so? Der ganz hinten sieht ganz wild aus. Oh mein Gott, was soll ich denn sagen? Da überholen wir mal, aber links. Ach du Scheiße. Wir sind mutig. Aber ganz links. Oh mein Gott. Lern ab, schatten, du Spack. Halt, stopp. Hast du getrunken? Oh. Wir müssen euch einschneiden. Ja. Nüt, nüt. Hier spricht das LSPD. Wie? Er trüft mir seine Hose runter. Zack. Enttäuscht. Siehst du? Ich kann einfach so gut auf die Fahnen. Oh Scheiße. Alles ist voll. Oh Gott. Alles gut. Nee. Alles in Griff. Nix ist gut. Meine Wupps. Ich hab 3000 Stunden in Nintendo Wii. Ich weiß, wie mein Auto fährt. Oh Scheiße. Das war hier hinten vorne, ne? Wohin fahren wir eigentlich? Ja, Pause. Oh, Pause. Komm durch die Hackel. Hallo? It's only game. Poiseistation. Haben wir aufgerüstet? Oh. Keine Schütztürme. Ich schick dir jemand. Schaff, heiz. Wir rufen ihn an. Ja. Sind die Assis da vorne? Pinky, hast du die Kamera? Ja, klaro. Pack aus. Mhm. Da stehen sie schon wieder im Kreis. Wow, das ist ein Kreis. Aro, müsst ihr. War schon so. War schon so. Hä, was ist denn hier los? Keine da? Oh, komm schon. Ich weiß nicht. Oh, nö. Ruf, ruf er nicht an. Zwei, zwei, fünf, sieben. Will ich nur noch eine Fahrt machen? Zwei, fünf, sieben. Okay. Setz. Scheiße. Ne, Twinkie muss jetzt fallen. Was ist hier? Wir wollen Mittag machen. Oh. Jetzt ist Twinkie ganz traurig. Was ist hier? Ich hasse. Oh, nein. Ich hasse. Verdammt. Hallo? Scheiße, den Gapurger kriege ich. So eine Scheiße. Ach, beruhig dich, Twinkie. Okay. Ich hasse sie. Ich kann. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, die Frau hat kein Temperament. Die hat ein Temperament. Wollen wir jetzt deinen kalten Pausen machen? Ich kriege nicht mehr, ich habe irgendwie etwas, was man will. Ich habe Hunger. Ja, Twinkie, wir holen was. Nein. Doch, doch. Hier ist alles so scheiße. Du musst das Auto anmachen. Ach so. Setz dich nach vorne. Wir haben übrigens noch Kunden. Aber wir haben Hunger. Guck mal, ich stecke jetzt in den Schlepp. Wo ist unser Kunde? Ja, ich weiß nicht. Pinsel weiß, wo die sind. Ja, Pinsel redet nicht mehr. Ich habe es vergessen. Oh, mein Gott. Ach, heute ist es auch schon wieder gelaufen. Ach so, ja, Friseur. Ja, welcher Friseur? Welcher? Da. Ach so, ich komme ja nicht dran. Am Strand. Am Strand? Am Strand. Ach, nein. Hier, Twinkie. Ja. Ich habe den GPS eingegeben. Okay, warte. Dann muss ich hier eingeben. Anfahrt Lusandras. So. Und dann noch einer bei der Polizei. Ich glaube, der am Strand ist eh nicht da. Hallo? Du hast einen Kunden. Fahrgast. Okay, bye. Wie will keiner fahren? Wer will keiner fahren? Will nie einer fahren. Wie? Wir haben zwei Kunden gleichzeitig. Warum will denn keiner fahren? Taxi ist der tollste Job der Welt. Na, Willi will eine Tasse, Peter drückt mich weg und der andere ist im Stress. Sag mal, wofür machen die den Job denn? Das ist gut, dann können wir uns schnell hocharbeiten tun, die. Ja. Also einer bei der Polizei und einer hier am Friseur. Okay. Oh, mein Gott. Wir sollten auch mal vielleicht das Taxi wechseln, weil das sieht nicht mehr aus wie ein Taxi. Ich finde es schön. Ich finde es auch schön. Okay. Wie so ein dummer Dinosaurier. Wie die Hygiene-Ad. Ja. Sieht aus wie, wenn man bei den Schnecken auf den Fühler drückt. Die ziehen sich ein. Das Auto zieht übrigens nach links, ne? Das Auto zieht nach links. Ja, wirklich. Also kein Schal, es tut es wirklich. Wir sind falsch. Ich werde versinkt. Also, der Heldbanger. Dankeschön für den Resub im dritten. FC K. Dankeschön für den Resub im einstwenden. Guten Abend. Und herzlich willkommen zurück. Ich habe schon lange deinen Namen nicht mehr gelesen. Chandy, Dankeschön für den Resub im zwei Monate Vorrat. Und für den Resub im neunten. Und ihn nicht Dankeschön für den Resub mit Prime im zweiundreißig. Und Lofwell, Dankeschön für den Prime zwanzten. Und Dankeschön für uns. Bitte? Nicht passieren, oh. Bitte. Hey, dein Bad. Bist du ein Gangster? Bitte? Bist du ein Gangster? Nein, ich bin kein Gangster. Der hat 200 Dollar mehr. Der kriegt ja schon wieder diese komischen... Du bist ein ganz normaler Burger. Ganz normaler Burger, genau. Wo musst du hin? Zur Verwahrstelle, bitte. Okay, das sind... Fünf Kilometer. Ich sehe drei. Nur fünf. Wir runden auf. Das sind vier Kilometer. Wir runden auf. Ach so, ihr runden auf. Ja. Ja, müssen wir wegen dem Taxometer. Genau, weil der irgendwie keine Komma zahlen kann. Okay. Ja, der ist ein bisschen mitzahrend. Wie ein Dinosaurier. Coco. 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 Escher. Ist dir schon mal ausgefallen? Bitte anschneiden. Deine Haarfarbe nicht zu deinem Bart passt. Alter. Oh mein Gott. Ja, was fährt ihr denn auszutoben? Schwanzlutscher. 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 Meine Haarfarbe passt nicht zu meinem Bart. Da muss ich vielleicht noch mal zur Frise. Vielleicht ist es gut. Ja, du warst so gerade wieder. Gar nicht. Ich habe meistens auch Cap an. La Paloma Blanca. Sieht ein bisschen, du Mausche. Wolltest du tanken gehen, Tinky? Finde ich aber jetzt ziemlich nicht nett von Ihnen. Was denn? Dafür, dass wir beide den selben Namen tragen. Oh. Ihr heißt beide Pinsel? Nein, wir heißen beide Ronny. Nein. Nein? Ich heiß Ronny. Du heißt Nudelkopp. Nudelkopp? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie fahren die denn hier auf, oder? Aber gute Damen, sie haben schon einen Führerschein, ja? Ja, vom Flughafen. Mann, wieso fragt mich das denn jeder? Das kriegt doch jeder bei der Einreisung. Wieso sollte ich auch anders behandelt werden? Wo ist denn der? Ist der im Kofferraum oder warum halt das so? Hey, komm mal, Mann, den Kopf dahin raus. Oh, warte. Ja, hi. Oh mein Gott, nochmal diese Lenkung. Ich brauche ein neues Auto. Nein, das sieht doch noch top aus. Aber das zieht nach links. Ich sage es dir. Ich muss nach links ziehen. Jetzt muss ich schon. Ja, ein bisschen Schlagseite, ja? Ja. Vielleicht mal ein neues Fahrwerk. Ja, wir haben das Gewicht schon verteilt. Ach so. Stell dir mal vor, die mit beiden auf einer Seite sitzen. Perfekt auf der Fahrdachse, oder wie? Aber deswegen ist das Aurea Sandino. Oh, der Herr, da wären wir auch schon. Ja, super. Sehr schön. Kannst du mal einen Zaun klettern? Ja, kriegen wir das. So, dann kommen sie mal. Ja, sicher. So, ich sage ihnen jetzt mal ganz genau, was sie zahlen müssen, ne? Und wenn sie das nicht zahlen wollen, dann kann ich auch gleich die Bullen rufen. Ach, der Perfekt ist, glaube ich, noch gar nicht so gut. Okay, das wären dann einmal 1.430 Dollar. 1.430 Dollar. Geben Sie einen kurzen Moment, ja? Ja, gib Trinkgeld. Wie heißen Sie, wie heißen Sie denn? Trinkie. Trinkie. Wie heißt der Fahrrad? Machst du meinen Porta an? Das ist der Peanut. Nein, nein, nein. Das ist der Peanut. Riecht unter meinem Arm. So, Peanut, Twinkie und Ronny. Wir hatten schon mal einen Dreier. Ah, oh, geil. Wie lange sitzt du denn schon beim Taxi-Unternehmen? Nicht so lange. Nee, nee, nix sagen, nix sagen. Der ist bestimmt von der Dingsbehörde. Nein, 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 bin ich nicht. Finanzbehörde oder so. Nein, nein, ach, scheiß auf Behörden. Lüg nicht. Alles Schmutz. Nee, die arbeiten ähnlich, richtig. So, 1.000, 1.000, 1.000, was haben Sie gesagt? 1.230 Dollar. Nee, 6.000, ich glaube, sie haben 6.000 gesagt. 6.000, ja, dann macht das natürlich 6.000. Ja, dann machen wir das mal bitte. Ja, okay, natürlich, so. Ich könnte davon ja mal schön in der Barbecue-Lodge dinieren gehen. Ein schönes, großzügiges Buffet für Sie beide. Oh, danke, das ist so. Oh, ich guck mir das gleiche an, ganz schön. Ja, so bin ich doch, danke. Oh, und was mit mir? Ich danke. Ich hab nicht zugehört, was ist passiert? Hat er dir am Arsch gepackt? Nein, ich hab der Kugel-Lodge schon zu entgegengegeben. Warum packst du den nicht am Arsch? Findest du mein Torte nicht hübsch? Ist doch dein Tötschen, oder? Ja, komm, steig an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Hau rein, Ronny. Hau rein. Aber ich geh da noch gar nicht. Ja, ich geh aber, Ronny. So. Machen wir jetzt Mittag? 6.000 Dollar Trinkgeld. Boah. Aber für uns beide? Also, naja, ich mein 4.570. Du lügst. Trinkgeld. 6.000 sollte ich ihnen ausstellen. Boah. Ja, was soll ich sagen? Davon können wir wirklich mal Fett essen. Und mit Fett wollte ich jetzt niemanden beleidigen. Alles gut. Ja, sorry, Ronny. Aber abnehmen kannst du eigentlich schon mal. Sorry. Hallo. Ja. Haben wir einen Kunden? Am Polizei. Bist du schon wieder da? Ja. Öl, Blömer, Blanka. Ich muss kurz malen. Oh, mein Kopf. Ah. Aua. Boah. Kika, 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 Kika. Kika. Herr Bruder. Killen. Rajat und Pain. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Warum musst du dich mal machen? Also, ich habe keine ausgelassenen Frames. Doch 0,1%. 200. Ich glaube nicht, dass das an mir liegt, Bruder. Und Big Ultra, danke schon für den Priming 22. Wollt ihr ein Tinkpäckchen haben? Wollt ihr kein Tinkpäckchen haben? Ja? Ja oder nicht? Dann nehmt doch einen. Boah, ist gleich schon wieder 10 Uhr. Alter, das kann nicht wahr sein. Ist ein bisschen zu lustig. Betangen und Schaar spielen. Niemals. Ja. Heute wieder richtig wild für den Bauch. Ich hoffe, das ist keine Ironie, ne? Maddy Matt. Weil ich finde Peanut ultra lustig. Tinkpäckchen und Kussi. Das ist genau der Sub. Oh mein Gott, Server ist voll. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte an dem Lüttchen, ja bitte. Oh nö. Wir gehen uns das PD wieder angucken. Ich war noch nicht fertig. Let's mal. Doch nö, Mann. Unity, why are you so many people on your server? I don't understand this. I don't, didn't, didn't find that fine. My English is not the Seele from Zack. Müssen wir ihn warten. Müssen wir ihn warten. Mega lustig, pisse mich fast ein. So soll das sein, Bruder. We love to entertain you. Du, 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 du. Ne, das war pro sieben. Gibt's eigentlich den Red Nose Day noch? Dann geht's in der Zeit mit dem Hund aus. Okay, jetzt Pipi-Pause. Und Duftkerz-Pause. Und was zur Essen-Pause. Geht schnell, geht Pipi machen. Geht. Es wird Family P-Frame-Time-Server full. We are family. Du, 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 du. Du, 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 du. Essen nebenbei Klammbeckäse. Boah, geil. Ich mag Käse. Diese Peanuts-Stimm, ich liebe sie so. Ich glaube aber, es gibt doch viele, die das nervig finden. Luftwur, ich schlaf gut. Viel Spaß in der Haierbett. Tagsame. Was haben wir? Da waren wir noch nicht drin. Oder? Oh, ich sag nicht, es ist so. Nein. Geht doch irgendwo eine Treppe nach oben. Boah, die Kantine ist cool. Aber warum gibt's hier so ein Ölfest als Tisch? Ach, das ist ja modern. Hier waren wir, glaube ich... Wo war das denn unten? Tschüss. Ich hab nur die Zellen gesehen. Wo sind die? Toilette. Toilette. Boah, ich würd mich hier so verlaufen, ne? Autoilette. Duschen. Das gleiche nochmal. Ach, für Frauen und Männer. Scheiße, woher kam ich? Oh, es funktioniert wieder. Warte, jetzt brenn ich es selber noch. Geh, geh. Da geht er drüber. Die haben tatsächlich gebannt, ne? UFVH. Das war das neue PD. Ach, Mann. Oh, Bruder. Schon wieder gecrasht. Boah, ich geh den P-Flash weg, sieh. Keine Ahnung, warum Cody's nicht gemacht hat. Bin ich auch mal gespannt. Hallo, Tickse. Lukulu. Lukulu. Der Matcher kann übrigens den Wallpaper animiert. Okay. Hallo, Tickse. Hallo, Tickse. Und Patrick, danke schön für den, ähm, Zapp und herzlich willkommen bei der Erdnuss zu Hause. Und hallo, Schaube. Das ist selber hundertprozentig jetzt wieder voll. Ja, sag ich doch. Du liebst mich, ich lieb dich auch. Ich laufe jetzt nicht wieder dahin. Nein, Da Vinci, nicht, nicht, hier werde ich jetzt drin ab, sondern das Wallpaper von Casswood animiert. Wie du das vorher auch gemacht hattest. Aber deine Festplatte ist ja, ähm, kaputt gegangen. Mach dir nichts draus. Warte seit drei Stunden Real Talk jetzt. Aber ich kam doch grad auch schnell rein. Ich renne jetzt nicht wieder zum Piddy. Ich find GTA mittags, ne, so hässlich. Ohne Witz. Nichts, keine Witz. Spartabak, dankeschön für den Prime im Fünften. Oh. Uh, siehst du, ich bin instant wieder drin. Hoffentlich. Dankeschön. Ich glaub, ich hab trotzdem keine Vorzüge. Greeny. Bitte kein Crash, bitte kein Crash, bitte kein Crash. Oh Gott, schau. Hallo, Matze. Ja? Ja, schluckbecken, wo seid ihr? Ja, hier hinten an der Ecke vom Krankenhaus. Ach, da hinten. Ja, das mit so weit kommt mich abholen. Oh, Speckschnude. Ja, okay. Ja, okay, okay. Okay, bis gleich. Ich glaube, das ist dick geworden. Boah. Klappt es? Klappt es? Drei, nicht drei. Oh, ich musste kurz im Gewicht. Wir werden Kopfschmerzen. Was? Wir waren Polar. Ich habe Kopfschmerzen. Ich war auch aufs Klo. Okay, sorry. You dick! Ich habe Prümerpinseln. Okay, so. Wir können ja gleich, wenn wir durch sind, so Barbecue-Lodge-Zone. Okay. Jetzt zu spät, Willi. Also PD jetzt, ne? 70, 63. Wenn der überhaupt noch da ist. Was? Ich bin noch hier. Nee, ich meine, ich meine, der kieft, der ist am PD. Ach, was weiß ich. Nimm das, wir machen. Wir holen ihn. Tschüss. Okay. Wir haben einen an dem PD. Äh. Was ist denn hier los? PD? Was ist denn hier los? Verpisst euch von der Straße! Voll Mensch. Wir müssen arbeiten. Hm, wie soll ich meine Familie ernähren? Da ist jemand überfahren worden. Reißen Sie sich mal zusammen. Reißen Sie sich mal zusammen, du? Ja, du beruhigst dich jetzt erst mal. Sie können ja ausweichen. Ich bin gestresst. Dann fahr außen rum. Geht nicht. Dann fahr auf außen rum. Dann fahr auf den Platz, gute Frau. Immer diese Assoziaten. Mann, nee. Die gesamte Assis, die Sache. Wird für schlimme Stimmen. Wenn wir dann nochmal vorbeifahren, mache ich Foto. So, hier irgendwo jetzt, ja. Ja, der ist wahrscheinlich aber schon weg. Super. Ja, voll wohl. Ich hätte doch los sagen können. Ich wollte nur Pipi machen. Okay, wo war der andere? 70, 63. Ja. Und den dazwischen, die beiden habe ich schon vergessen, wo die waren. Okay, ich schnapp. Und dann, ja, kannst du das eben eintragen, bitte? Oder so. Nein, nein, nein. War im GPS. Na, das ist scheiße. 70, 63. Ja, du sollst im GPS das angeben. Ja, keine Ahnung, ich habe den Navi nicht. Warte, wie heißt das? 70, 63. 70, 63. 70, 70, 63. Hallo? Bist du im Dienst? Ja, weißt du, Faulstück, Fleisch. Wo ist 70, 63? Wir haben vier gleichzeitig, Owe. Wo ist 70, 63? Der eine ist nicht mehr da, die anderen beiden habe ich vergessen und wo ist die Hölle? 70, 63. Owe, du hast einen Dienst. 70, 63. Tschüss. Hilfe. Ich bin hofflos. 70, 63. Bye. Das muss hier in der Nähe sein. Darauf geschissen, ich habe es abgegeben. Ja, super. Dann können wir jetzt essen fahren. Und jetzt habe ich zwei Stunden auf dem Stabplan geschaut, du Arzt. Wir gehen jetzt essen, damit das klar ist. Ich habe Hunger und ich bin sauer, dass der Pörgerladen nicht mehr auf hat. Das ist heute so nicht mehr klar. Also wirklich. Wie kann ein Tag denn so scheiße sein? Warum ist das gut heute? Nee, der Pörgerladen hat nicht auf. Das besaugt niemand in ganzer Stimmung. Hast du jetzt das Hass? Das Lenker hat nach rechts gedreht. Twinkie, bitte. Ja. Wir müssen lebend ankommen am Pörgerladen. Ja, ich weiß auch. Ich will auch essen. Was war das denn? Mein Bauch. Dein Bauch. Ihr Bauch. Ist hier noch Stau? Ich fahre mal vorsichtig. Oh mein Gott. Ich schneide mich an. Ich schneide mich auch an. Wir fangen ohne Licht im Gegenverkehr an. Unsere Lichter können nicht mehr. Ja, wir haben okay nicht mehr. Ja, was ist denn das für ein Scheiß-Taxi? Was ist schon wieder los heute? Oh Gott. Soll man Willi auch noch anrufen, dass er hochkommen soll? Ja, wenn er Zeit hat, ne, dann gerne. Er war heute noch bei irgendeinem Boxring. Ja, die sind alle im Po. Willi, wir haben... Du musst schnell kommen. Paleto. Warum? Wieso? Du bist zu faul, selbst zu fahren und sitzt jetzt bei Ofer bei 70, 63. Ja, dann... Ihr habt danach einen bei der Waffe-Kollange... Trink, guck mal auf dein Handy. Ich hab dir Bild geschickt. Ich schau gleich, ja. Bis dann. Ich muss jetzt erstmal fahren. Ich hab Willi hochgeschickt. Weil ich hab echt Hunger. Ja, ja, Willi kommt auch. Der denkt, das ist ein Kunde. Ha, Idiot. Matze. Matze ist wieder am Triechtern. Nicht ernst nehmen. Laura, to see. Oh, my senor. 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 Sei gepriesen, denn du bist unser Herr. Sei gepriesen, denn du gibst uns noch mehr. Sei gepriesen, denn du gibst uns viel Essen. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar Herr. Laura, to see. Oh, my senor. Laura, to see. Oh, mein Gott. Oh, mein senor. Lass uns einen Gottesdienst versaut. Ich war ein Messdiener. Du Geisterfarbe. Und mach mal das Licht an. Ich bin kein... Das Licht ist an. Das Licht ist nicht an. Oh, Vogel. Oh, natürlich. Sag mal, bei dir hattet wohl, oder? Oh, shit. Hallo? Ja? Was haben wir überhaupt hin? Barbecue Lounge? Wo? Veggie Sparkles? Great Ocean. Wo ist das? Ah, ja, stimmt. Du weißt, wer Typ, den wir vergessen haben? Sorry, wir hatten fünf Gleichseitungen. Es ist keiner im Dienst, außer ich. Herr, wir sind auch im Dienst. Das musst du ja nicht wissen. Ähm, ja, Sir. Ich frag mal, ob der Freunde hat. Sieht schlecht aus. Geh mal heut lieber zu Fuß und ruf uns zehn Minuten nochmal an, wenn du was willst. Ich hab keine Leute im Dienst. Sorry. Du bist ein Lügnerpinsel. Du bist ein Lügnerpinsel. Ich stand, tut mal leid. Ja, ich hab keinen Bock. Ja, ich hab keinen Bock. Wie meins Pause? Ich hab Bock auf Spanschwein. Ein Sparschwein? Einmal Fetschki ballern. Fetschki. Fetschki, Fetschki. Aber die waren nicht so gut in der Barbecue Lounge. Ja, was willst du machen, wenn der Böscher-Laden nicht funktioniert? Warum schreist du mich an? Ja, weil du sagst, es war nicht so gut, aber es gibt keine Alternative. Du musst mich aber nicht anschreien. Ach, komm. Jetzt sind wir vorbeigefahren. Wir schwindeln nicht auf. Hockst du im Kofferraum? Ja, ich hock jetzt im Kofferraum. Das reib ich nie wieder so an, Twinkie. Da krieg ich Angst. Ich will sagen, wir sind da, oder? Ja. Ha, ha, ha! Ha, ha... Ha, ha! Ist das egal hier? Ha, ha! Ha, ha! Ich glaube da ist keine... Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ich hab mein Telefon am Ohr, da ist gar keiner dran, hallo? So. Den Auto ist noch an. Ich kann mich nie wieder so an. Okay, wir lassen den Auto an. Ja. Wie, wir lassen das Auto an? Ja, lass erst mal checken, ob hier jemand ist. Ich glaub, hier arbeitet heute keiner, Alter, die wird ausrasten jetzt. Ah, herrlich. Hallo? Einer für dich, einer für mich. Einer für dich. Ist hier keiner? Einer für mich. Ich würd' ich jetzt in die Küche gucken. Ich glaub, sie haben geschlossen. Twinkie sieht nicht gut aus. Und bitte mich nicht anschreien jetzt. Oh, nee. Das kann ich nicht weinen. Das kann es doch nicht sein. Du kannst noch ein paar Muffins da nehmen. Ja. Das ist alles, was mir bleibt. An Tagen wie diesen. Das ist wirklich. Alles ist so total kack. Weißt du, wie ich weine? Das ist wirklich. Weißt du, wie ich weine? Und dann... Alles ist so... EG. Das schling nicht so. Ja. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Nichts läuft. Ich weiß, wie ich... Ich weine. Wieso willst du noch essen? Hm. Ich hab echt Hunger. Was ist denn los mit dir? Ja, ich hab auch Hunger. Heute ist echt... Geil ein guter Tag. Also... Ja, hier ist noch Obst, wenn du willst. Oh. Bah. Ich hab auch Hunger. Du hast auch Hunger? Ich hab nur noch Hundefutter dabei. Willst du dich erst mal abnehmen, bevor du wieder was willst? Man, es soll jetzt kein Freund sein, aber... Ja. Danke. Wo kriegt man denn noch was zu beißen, Pinsel? Ähm... Erstmal auf Vokalikum. Puh, kann er nicht. Was für ein Saftladen hier. Boah, ich will was Warmes. Ich will nicht schon wieder Kuchen. Ich brauche saftiges Fleisch. Wir können Würstchen kaufen an einem Tankstelle. Ah, oder wir gehen jagen oder so. Wir gehen jagen. Ja, na klar. Wir gehen jagen. Ich baue mir einen Flitzebogen, Junge. Wir gehen jagen. Wir gehen jagen, sag... Warte, da am Heimweh gibt's doch Hukis, oder nicht? Ach, Mann. Am westlichen Heimweh gibt's Hukis. Magst du Tintenfisch, Twinkie? Ja, glaub ich schon. Keine Ahnung. Ist das Fleisch? Ja, na klar. Ja. Fische, Fisch. Fischfleisch. Wir könnten auch jagen gehen, aber wir haben keine Waffe. Ja, wenn ich erstmal Essen auf vier Beinen sehe, ne, dann hält mich so schnell nichts. Ich seh dann einen wandernden Bürger. Pinsa, wir müssen erfahren, warum Cody zuhört. Ja, dann los. Ja, wer könnte das wissen? Weiß der Willy das? Glauben nicht. Wir müssen... Wir brauchen mehr Information. Das kann ja wohl nicht angehen, dass die unseren Bürgerland schließen. Wir haben Hunger. Laura, du sie... O mo senore, Laura, du sie... Gibt's das hier? Oh, die haben gar nicht auf. Die sind insolvent. Toll, und jetzt? Wir sterben. Ich besorg uns jetzt, was zu futtern. Gibt's hier Kempis, Herr Ria? Weiß ich nicht. Merk schon, hier verbreitet sich gerade eine schlechte Stimmung. Twinkie? Twinkie? Bist du jetzt grummelig? Wir können auch nix dafür. Schon wieder so ein Redneck vor uns. Und drücken wir mal nix durch. Und drücken wir mal nix durch. 2027, Raiden. Was meinst du mit Raiden? Na, stürmen. Warum? Wir haben noch Geld. Oh. Ja, aber wir sind so hungrig. Da müssen wir an die Türen ballern, dass die die Bratwüste nur so braten. Ja. Twinkie, ich weiß, wie wir an Essen kommen. Oder Polizei. Das Auto von Nico im Kofferraum war Essen drin. Wir kriegen ja das wieder. Ansonsten Tagowen beim Taxi blündern. Hast du einen Schlüssel dafür? Nee, aber Willi. Boah, wir gehen jetzt betteln. Ganz einfach. Wir fragen die Asozialen. Wir setzen seinen Rand. Wir fragen die Asozialen jetzt. Ja. Find bestimmt irgendjemanden. Kann ja wohl nicht wahr sein. Auf Kuchen hab ich auch keinen Bock. Jeden Tag mal gucken. Die wissen bestimmt, wo's zu essen gibt. Hallo? 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 Wissen Sie zufälligerweise, wo Mom was zu essen bekommt? Wir haben Hunger. Zu essen? Yellow Jack in? Ja. Yellow Jack in? Mhm. Oben im Norden? Ah, der Schuppenpfel. Noch was besseres vielleicht? Sea Case? Im Süden? Zu. Das ist zu. Mhm. Kaffee, Kuchen am Startpark? Zu. Auch zu. Auch zu. Ja, dann Yellow Jack in. Zu. Gibt's nicht noch was anderes? Ich überleg gerade. Kannst du uns vergeben für die Fahrt dorthin? Wir schaffen's nicht. Wir sind sehr hungrig. Ganz toll. Ich habe... Mehr, bitte alles. Bitte mehr. Mehr, mehr, mehr. Ich pack euch dreimal Gulasch in den Kofferraum. Ja. Ist der noch warm? Danke. Muss aufgewärmt werden. Und zweimal halbe Hähnchen. Trinky, kannst du dich draufsetzen? Ja, aber was wollt ihr denn essen? Ja, das stimmt auch wieder. Haben Sie mehr Gulasch? Ne, ich habe nur dreimal Gulasch. Und zwei halbe Hähnchen. Ist im Kofferraum drin. Oh, danke. Danke. Dankeschön. Und was kriege ich davon nix? Und was sollen wir essen? Ja. Zu trinken habe ich selber leider nichts mehr dabei. Bitte. Willst du, dass wir krepieren? Bitte. Ne, ihr solltet lieber ganz schnell losfahren. Ich habe nichts dabei. Bitte. Und deine Frau Schnecke da drüben? Bitte. Vielleicht hat sie was dabei. Fresse sie für uns. Bitte. Bitte. Erin, hast du was zu trinken? Ich habe schon Bauchraue. Bitte. Hast du was zu trinken? Ja. Oh. Oh. Ich bin keine Frau. Männer habe ich. Jungen Männer habe ich gesagt. Und Trinky. Vergiss keinen Mann. Das ist meine Frau. Achso, ich habe gar nicht richtig geguckt. Boah, Trinky, steig mal auf. Zeig deine Schönheit. Ja, ich habe eh Hunger. Ja, du musst dich am Koffer rum. Und bring mir ein Brathähnchen mit. Ein Brathähnchen? Ja. Hm. Ja, mein Spektrum. Habt ihr vielleicht zu Hause noch was zu essen? Es wird schon eng hier mit dem Essen, ne? Und selber tatsächlich einkaufen. Boah. Oh. Wir können einkaufen, wenn ihr uns sagt wo. Ja, wir kaufen einkaufen. Es gibt ja verschiedene 24-7. Da könnt ihr auch einkaufen. Boah, das schmeckt doch alles nicht. Das schmeckt doch alles nicht scheiße. Das schmeckt doch alles nicht scheiße. Abfall. Ah, Barbecue Lounge gibt es noch. Wo? Im Toileto oben. Da waren wir schon, ist zu. Auch zu. Heute hat alles zu. Heute ist Weltfrauen-Diät-Tag. Wahrscheinlich. Und Weltmänner-Diät-Tag. Ja, auch. Hm. Beides zusammen. Warum parken die einen Traktor vor ihrem Haus? Das ist ne gute Frage, warum da ein Traktor steht. Ist aber nicht meine. Wird immer schlimmer hier. Was denn das für ein Hippie, die Hip-Hop-Wagen nach vorne sind. Hallo Willi. Meine. Okay, dankeschön fürs Breitinchen. Die ist weg. Ja, guten Hunger. Tschüss. Wir müssen tanken. Es bringt ja nichts, wenn ich dir sage, wo wir sind. Du kommst ja nie. Ich hab dir schon viermal gesagt, wo wir sind. Ja, Willi ist kein Freund mehr. Ja, du bist lieber in dem Tinder-Kreis. Oh mein Gott. Kein Gang-Member mehr. Kein Gang-Member mehr. Wir sind die Grünen. Aber wir haben keinen Kunden. Die ganze Zeit nicht. Warte. Halt an. Jetzt. Warte. Zurück. Oh, Burgershot. Wir sind auf 24. In meinem Klammern Land reißen. Burgershot. Burgershot. Dwingy. Wie schon? Au du. Oh nein. Auch heute ist wirklich alles kacke. Oh Mann. Womit habe ich das verdient? Oh Gott, schick mir ein Zeichen. Bitte. Oh, das ist ein Zeichen. Was denn? Du willst Gott. Dann sauf dich halt. Dann sauf dich halt. Ha 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 ha. Nee, sie kann heute nicht mehr fahren. Komm, Pinsel. Ich sage dazu nichts mehr. Wenn die Hunger hat, dann ist Ende. Ich auch. Ja komm, Schnippeck, es geht immer. Schön ein halbes Gläschen Artilleriefeuer. Willst du dich jetzt echt betrinken? Es wird Zeit, weißt du, irgendwie, Gott hat mir gesagt, ich soll trinken. Ich habe ihm gesagt, einen Burger hätte es auch getan, aber it is what it is. Und ich kann mich nicht gegen Gott wehren. Was ist denn das für Album? Wie schnell hast du nur die Flasche Sekt jetzt getrunken? Ich weiß nicht, ich muss vollkommen. Pinsel ist kaputt. Na gut, ich gehe mir auch einen kleinen Schnippeckes holen. Hi, hier gibt es Hamburger. Ich kriege einmal vier Hamburger und eine Flasche gerade rum. Da, bitte schön. Ja, Konnichiwa. Ja, Konnichiwa. Was trinkst du zum Teufel? Hast du schon einen Tee? Der hat auch Hamburger gehabt. Ja, verdammte Mikrowellenfraß. Weißt du, wie ich meine? Ja, besser ist gar nichts. Scheiße. Wo gehst du hin? Haben wir nicht einen Kundengast? Nein. Und außerdem ist Pinsel kurz pinkeln. Okay. Okay. Was ein Tag, ey. Du kannst nicht mehr fahren, ne? Doch, doch, ich kann noch fahren. Du kannst ja nicht mal mehr laufen. Ach, klar kann ich laufen. Wie bewege ich mich denn? Ja, schleppend. Ja, aber ich... Also, laufen ist laufen. Hast du gerade gepumpt? Nein, ich komme gerade hoch. Ja. Wie viele Flaschen, Hugo, hast du jetzt getrunken? Boah. Das war nötig. Also... Bleib zu vergommeln, voll. Drei kurze Wodka. Drei kurze Wodka. Drei kurze... ...schwangen... ...eine... ...Dingswumms. Du hast ja eine Laufmasche in der Jeans. Und du hast eine Laufmasche in deinem Leben. Oh. Das war verletzt. Tore, ja. Das ist in Ordnung. Ronny kann das auch. Ronny, du bist doch mein Freund. Das ist nicht Ronny, das ist Pinsel. Oh. Wurdert wie geschmiert, sag ich immer. Oh. 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 Wurdert wie sind wir wieder weg. Oh. Oh komm, auf geht's. Ja. Fräulein, so nicht, sonst fahren wir zurück. Fliegen wir zurück nach Arizona. Ja. Wenn du hier auf einmal in der Großstadt zum Alkoholiker wirst. Wie Sinn? Da schlachte ich aber eine Kuh drauf. Das verspreche dir aber, Fräulein. Du schlachtest hier gar nichts. Doch. Provozier mich nicht. Ich finde schon das Gute zu essen. Okay. Und dann schmeiß ich die hier auch weg. Was soll's? Wer für den Park? Boah. Willi fragt immer, wo wir sind. Dann sag ich, wo wir hinfahren. Und während wir dort waren und schon wieder weg sind, fragt er, wo soll ich hinkommen? Hä? Wir müssen dem auf den Grund gehen, warum der Bürger... Alles zuhören, ja. Und alles hat zu. Alles hat zu. Die protestieren bestimmt irgendwo und wir sind nicht dabei. Die Reifen hören sich nicht mehr gesund an. Unsere? Ja. Warum? Als ob wir auf dem Blech fahren. Ach, Quatsch. Irgendwo hier ist Winnie. Oh, noch so ein bisschen. Nee, das ist ein Kollege. Ach, wichtig. Und hier. Ey, Hans, besuch's nicht. Nee. Nee. Einred. Die Twinkie ist besoffen. Ehrlich? Was habt ihr dir denn gegeben? Ja, die hat sich selbst Dings gekauft. Das ist übrigens ein Kollege von euch. Ja. Das ist der Uwe. Uwe, dann ist der Peanut. Und das ist die Twinkie dazu. Und ich, wir kennen uns schon. Wir sind so schon. Genau, wir haben uns hier oben da getroffen. Ja. Okay. Ihr seid ja beide voll, ihr Alkoholiker. Ja, klar. Was soll ich sagen? Willi, warum haben die ganzen Burger-Laden und so zu? Ich hab keine Ahnung. Die... Ich... Warte mal. Das Dings da bei den Assis ist auch zu der Burger-Laden. Ja, da ist irgendwas passiert. Ja, aber was? Mal grad... Nein, der Cody ist nicht da. Wir müssen protestieren. Äh, die Amy hat mir... Ich hab eben mit einer Freundin telefoniert, die Amy. Und die hat mir irgendwie erzählt, da ist irgendwas vorgefallen, weswegen die zulassen müssen. Aber die hat mir nicht... Ja, keine Ahnung. Ich hab gesagt, was denn? Die sagte, ja, red da mit Cody drüber. Guck mal. Äh, ich weiß, wen ich fragen kann. Wie gut, dass ich noch meinen Erdbeerkuchen da hab. Erdbeerkuchen? Ja. Ah, der Jeff ist da. Ja, Schwiegersohn. Hör mal, kannst du mir mal was erklären? Du weißt doch immer sehr viel. Ja, eins plus... Ja, nee, pass auf, ich hab eben mit der Amy telefoniert und die sagte, der, äh, der Cody darf nicht aufmachen. Weißt du, was da vorgefallen ist? Ah, okay. Und wie lange muss der jetzt zuhalten, äh, lassen? Ah. Ja. Ja, der hat Handy aus. Ne, okay. Okay, das klang irgendwie dramatischer, als die Amy mir das eben am Telefon erzählt hat. Oh, zum Glück ist da nichts passiert. Wer hat den Lanz? Ah, okay. Oh, krass. Oh, ja, okay. Dann weiß ich... Die stellen sich aber auch an. Wie paar hundert Meter. Naja, gut. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Danke dir, Jeff. Tschö. Und? Äh, das FIB hat den Laden dicht gemacht. Warum das denn? Irgendwas mit dem Gewerbeamt. Da wurde irgendwas nicht angemeldet und der muss jetzt erstmal dicht. Gewerbeamt hat FIB beauftragt, den Laden dicht zu machen. Was ist denn FIB? Das sind die, äh, Spezial-Sondereinsatz-Kommando. Der Ferry-Invest-Büro. Ferry-Invest-Büro. Richtig. Sind die bescheuert? Die können doch nicht den Laden zu machen. Wo sollen wir was essen? Ja. Yellow-Shake-In. Nein, das schmeckt nicht. Hast du das schon mal? Die haben ein paar leckere Sachen. Ja, wir waren da oben. Der Lost Burger ist lecker. Nee, ba. Warst du nicht? Alles kommt alles aus den Dings. Mikrofeller. Ach so, ich dachte aus der Dose. Ja, das auch. Ich glaube, die haben unter meinen Caesar-Salad Katzenfutter gemischt. Bäh. Katzenfutter? Ja. Ist ja ekelhaft. Ist auch ekelhaft. Ja, aber warum machst du sowas? Ich war das nicht. Das waren die da oben in mir, Loic. Ach so, aber sie haben Katzenfutter da reingeschaut. Ja, es ist... Oh, das ist aber... Hör mal. Aber... Nee, da kann deine Frau ja mitkommen. Wo? Was denn? Der Strip-Club hat auf. Oh, sollen wir dahin? Können wir gerne machen. Nein. Ja, doch. Ich hab nur was im Hals. Owe. Wie kann ich's doch dahin stellen? Durch den Kunden. Ja, wo denn? Parkhaus 19. Du bist dir sicher, dass er da ist? Ja, und nicht weg ist? Ja. Okay. Du klingst so traurig. Was ist los? Dein Gesicht. Wieso? Du, Ronny, ich glaub, das war das Spiegelbild, was sich in meiner Brille reflektiert hat. Du meinst dich selber. Kann ich nicht sehen. Dein Kopf hängt ja schiefe. Haha, Pinsel. Haha. Komm, Twinkie, wir gehen in den Schuppen rein. Was ist denn mit dem? Komm, Twinkie, wir sehen meine Lichter, oder beide? Ja, klar. Ja, ich würd die Lichter mal anmachen, ne? Die sind dran. Ähm, mein Kollege sagt, warte, ich muss mir's mal kurz angucken. Mein Kollege sagt, die Schnauze ist eingedellt, aber... Oh, mein nein, Bruder, bitte. Ähm, dürf ich da mal trotzdem rausfallen? Das ist jetzt doof. Ich hab'n Kunden. Ich hab'n Kunde. Ich hab'n Kunde. Ich hab'n Kunde. Nee, da jetzt nix, so, außer die paar Bollen da so'n bisschen. Twinkie? Wenn du mir jetzt die Liga gar nicht da reinpackst, ne? Twinkie? Oh. Komm, steckst du ein? Jo. Meist du, bitte den Kofferraum schicken? Wo ist denn der Schuppen? Ja, bitte. Was sag ich dir jetzt? Ich hab' mir doch weiter aus dem Kofferraum geklaut, hab' ich hab' bezahlt. Und wir müssen tanken. Bitte? Ja, wir sind viel unterwegs. Ja. Wohin müssen wir? Äh, Ronny, gib da mal im Neukau. Navi ein. Fahr' mal erst mal da hinten tanken beim Motorrad-Händler. Wohin denn? Unicorn. Ja, das ist doch hier grad aus. Ja, oh. Oh. Wo ist denn hier ne Tankstelle? Da hinten, links. Ach da. Hallo, du süßer Zuckerstirn. Hab' dich gern. Guck mal, der Audi ist immer nur um tanken. Ja. Der schluckt ordentlich. Wer zahlt eigentlich das Tanken? Okay. Du kannst ihn doch tragen. Ich war jetzt einmal für 960. Ja. Und jetzt wieder tanken. Ja, dann trag das doch ein. Du bist doch schon, hast doch schon im... Hast du eingestempelt im Tags-Max? Na klar. Ja, dann kannst du das doch unter... Muss tanken. Ja. Das... Das ist doch nicht normal, oder? Das ist nicht normal. Ja, das da. Oder ist das super? Der Pinsel hat gesagt, ich soll den Schlauch so halten. Und schön auch nicht reinhämmern. Ja, mach mal. Mai. Ja. Ja. Pinsel. Ja. Und jetzt für 810 Dollar. Ja, dann trag das ein. Okay. Beides mal. Ja, wenn du zweimal getankt hast, dann trägst du... Ja, dann trag das ein. Aber wo... Was ist hier? Tanken. Ja. 900 plus 800 sind... Wie viel sind das? Ja. 1700. Richtig. Berechnen. Ja. Und übertragen. Richtig. Okay, und das wird vorgemerkt? Und das ist jetzt eingetragen. Moment. Ah, okay. Mal gerade mein Protokoll. Und wo müssen wir jetzt hin? Äh, ja, wenn ihr wollt, dann in den Strip schuppen. Aber wir... Wo? Ronny, gibst das mal ein. Das ist direkt hier vorne. Ach, ich guck gerade mal in die Datei rein. Äh, rechts. Und dann aber rechts. 1700 hast du eingetragen. Hier. Ja. Ist... Aber die haben zugemacht. Oh, oh. Ja, da ist drauf. Ja, aber da steht ein LKW. Ja, dann... Darf man nur nicht reinfahren? Ja, park woanders. Park da drüben oder hier beim Klamottenladen. Oder da bei der... Aua. Äh. Hier. Nee, auf dem Parkplatz. Dahinter der Mauer. Au, aua. Ronny? Äh... Hier. Hier. Ja. Stopp. Ein bisschen zurück. Stopp. Ja, perfekt. Ronny? Kostas Eintritt? Ja, ich glaube schon. Äh, Ronny? Vielleicht haben... Twinkie, vielleicht haben die Essen da drinnen. Ja. Boah, erstmal vor und glühen. Äh, Ronny, das geht auf deine Kappe. Weiß nicht, ich komm sonst rein. Warte, ich tu kurz das im Koffer rum. Da ist aber nicht mehr viel Platz, ne? Doch. Was ist denn da drinnen? Da ist super viel Platz noch. Oh Gott, wann mach ich... Ich tu meine Reserven da rein. Kann ich mir mal raus machen, ohne Gedanke? Okay. Willi, hast du mal zu essen? Äh. Da drin gibt's bestimmt was zu essen. Ja, dann komm her. Ich muss doch eh auf Klöchen. Okay. Soll ich mitkommen? Nee. Du bist total besoffen. Komm, du bist besoffen. Komm, du kannst dir das Klo hier. Stimmt, die pennen hier wieder alle. Keiner sagt hallo. Hier vorne ist das Klo. Okay. Was macht ihr? Twinkie muss aufs Klo. Hier ist die Toilette. Okay. Mach dem Fond zu. Ist zu. Und du? Äh. Gut. Meint ihr, es gibt was in meiner Größe? Ja klar, bestimmt. Kralle, man hat dich durch die Telefon rülpsen. Oh ne, es war Willi. Alles gut. Gib dem Kalle mal die Leitstände. Nee, das passt alles nicht. Ja. Hä? Ne, leider nicht. Was? Oh, schade. Schade. Schade, Mama, leider. Wir sind im Puff, komm dazu. Bye. Schade. So lobe ich mein Telefon an. Ja. Gibt's hier nix für dich? Ne, alles zu klein. Oh. Wer soll denn das anziehen, kleine Kinder? Ja, ich weiß nicht. Was steht mir besser, mein blaues T-Shirt, mein Hemd oder mein rotes T-Shirt? Also ich find das hier und das rote. Kenn nur das blaue und das rote. Ja. Ich hab auch nur zwei T-Shirts. Oh. Und wenn das eine in der Wäsche ist, ziehst du das andere an, ne? Genau. Ja, das ist sehr gut. Bei deiner Fröschnecke find ich das andere Outfit besser. Ja. Mit dem Schlöpfer. Oh, Ronny. Brauchst vergeben, das weißt du, ne? Ja. Aber der kann doch wohl gucken. Ja. Der Pinsel ist doch mein Freund. Ja. Also gucken darf er. Er klang. Okay. Das andere find ich höchisch. Und bei dir, glaub ich, das blaue. Das ist vornehm. Und Twinkie? Ja. Sollen wir rüber? Ja, okay. Komm, ich guck uns den Bums mal an. Ja. Vielleicht kannst du dir da nur ein Becher, du Alkoholiker. Da ist nur die Musik sehr laut. Das ist nicht schlimm. Oder hast du Musikallergie? Manchmal. Ja. Ja. Ich hab da so Ohrstöpsel für. Ja, ich auch. Das ist gut. Willst du Händchen halten? Ich? Händchen halten? Ja klar, komm. Guck mal. Ja. Ja, komm. Ich bin schön. Oh, pass auf. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Warum? Da kommt ein Auto. Ach so. Wollt ihr nicht dadurch was passiert hier? Quatsch. Warum hast du auch gesoffen, Twinkie? Weil Gott mir gesagt hat, dass ich trinken soll. Echt? Was hat der noch gesagt? Ja, ich hab noch ein Zeichen gebeten und dann stand da ganz groß Flücke. Hat der mit dir gesprochen, der liebe Jot? Nee, er hat mir ein Zeichen gegeben. Also, falls du mal mit dem sprichst, kannst du denen was fragen? Ja, Karo. Was? Karo? Ach, Klaro. Klaro. Dann frag dir mal bitte, ob ich noch erlebe, dass der 1. FC Köln Deutscher Meister wird. Welche passt mal kurz auf Twinkie aus? Ja. Für die Leute, die das Video die gerade gucken. Assalamualaikum. Ich muss leider kurz die Tonspur muten. Ihr werdet weder die Musik hören, noch die Teamspeak-Stimmen von den anderen. Daher kann man das dann nur rechtfertigen. Daher kann man das dann nur rechtfertigen. So ein Zeichen nachdem, die das Video rauskommen. Das ist der Fall. Ich will richtig, wenn du so auf der Suche von den Zink, das einfachst nicht nur rechtfertigen. Ich will viel darüber nach Verrug'�ben. Ja. Dann ist der Fall. Ich will, der Fall hat ein paarачere Zink. Das ist der Fall, der Fall mit der Zink. Es ist ein Sehr guter. Daher wird Shan'n Groll. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... 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 ... ... ...... ... Stimmt. Und vor allem was für Autos hier stehen, ne? Nur Luxuskarren. Nee. Oh, das war ja Auto gewesen. Wo? Rechts. Also, ja, hier. Das ist nicht unser. Nee, das ist nicht unser. Hier stehen nur Luxuskarren und ein Ast. Nee, da sind viele Treppen. Nee, ist schon egal. Ja? Ja? Hier steht kein Auto. Ja, ich war davor auch bei Oiga. Komm, wir gucken mal. Aber kleiner Parkplatz nur. Wir gucken uns Häuser an. Ja, komm. Wir sind da, wo wir wohnen. Aber kleiner Parkplatz nur. Wir suchen für die beiden ein Haus in der Nähe. Aber das geht doch. Oder willst du hundert Autos haben? Nö, ein Auto reicht. Ja, siehste. Oh, oh. Oh, Treppen. So viele Treppen. Wir lassen einfach im Haus einen Fahrstuhl einbauen. Nee, Treppen sind nicht gut. Die sind für mich sogar schon schlecht. Und ganz hässlicher Garten. Nicht mal diesen. Nicht mal einen Stuhl. Nee, komm. Gar nicht. Willi, komm, komm da hin. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oder du holst... Oh. Ben, danke schön für den Prime am sechsten. Und Kurt Hansen, danke für die Wiese am siebten. Mein TV, danke schön für den Prime. Herzbekommen. Wollte Willi abholen? Rachel, danke schön für die Wiese am dritten. Ja, können wir machen. Der kennt sich hier besser aus als ich. Okay, wir gehen Willi abholen. Willi, willkommen. Und Taze, danke schön für 500 Bitten, mein Lieber. Okay, komm an die Straße. Und Conor, danke schön für den Prime 22. Hab ich noch jemanden vergessen? Bei dem Puff. Wo? Puff. Boah, Schamil, da geht es da hinten hin. Ja. Ja. Da weiß ich ein Würfelpack. Oder... Na, egal. Oh, hier sind auch schöne Häuser. Das kann man sich aber hier nicht leisten. Höhe. Festhalten. Oh mein Gott. Ich schneide mich an. Ui. Boah, hier ist aber auch schön, ne? 70, 90 Beverly Hills. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frau und ein kleines Puff. Immer, ja wirklich immer, haben Typen wie Willi was auf die Fresse verdient. 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 Danke. Wir können auch mal an der Westside gucken. Schön am Strand. Da können wir mal spazieren gehen, Twinkie, und Händchenweisen. Oh, oh, ja. Und können in die Sonne gehen. Oh. Oh. Was ist eigentlich hier? Tuna. Tuna? Ja. Ich bin kein Fan von Thunfisch, muss ich ehrlich sagen. Ich mag Thunfisch. Ich nicht. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Jetzt stecke ich. Oh. Der Opa Willi soll nach vorne kommen. Ist er? Oh mein Gott, mein Gehirn vibriert. Wo ist der Opa? Da. Erfmacht. 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 Wo bist du? Wo ist der Willi? Wo bist du? Sag mal, Roni. Hey. Nee. Warte, ich wollte Popschnauze. Hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Heiß hier ganz fest. Keine Angst. Willi jetzt mit. Okay, danke. Tschö, Jutta. Tschö. Der geht jetzt fremd, du alte Hexe. Willi. Ja. Wir Trink und ich suchen ein kleines schnuckeliges Haus. Ja. Oh mein Gott, was ist der Opa? Was zum Teufel? Sie fahren sofort rechts rein. Aua. Aber Pitmanöver. Sei bescheuert. Au. Er dumm Penner. Stopp. Ja. Ach, schluss. Ich glaube, es hat... Sag mal. Was willst du denn? Komm her. Was willst du? Kriegst du eine Tolle? Au, au. Bist du verrückt? Hey, lass die Juttelruhe. Du Schwabbelkopf, ey. Schnell weg. Komm, Pinsel. Komm, Pinsel. Komm. Fuck you. Fickt euch. Ja, weil du hier eben exist. Oh Gott. Ich sitze in Karte 30 Sekunden hier am Taxi. Oh, meine Faust tut weh. Ich hab da voll auf die Dritten gehauen. Ich weiß nicht. Was hast du, Vinny? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die schlechte Luft da in dem Unicorn hat mich irgendwie den Kopf genebelt. Ach, leck mich doch aller Marstuh. Aber guck mal, Twinkie ist auch schön, ne? So, pass auf. Habt ihr denn einen Ort hier? Was ist? Das ist gar nicht mehr. Ich hab deine Perle auf die Schnauze gehauen. Ja, das war gut. Die braucht dann ab und zu mal. Damit das Gebiss wieder fest sitzt. Ich nehm da manchmal Panzertape für, damit er nicht rausfällt. Sonst kann die arme Frau nichts essen. So. Warte, ich brauch mal kurz Luft. Noch zwei Minuten. Oh, scheiße, was habt ihr gefressen, ne? Alles. Boah. Ähm. Und das ist nicht mehr gelohnt. Hö, die Schwachen. Bin ich König von Los Angeles. Ja, ist ja klar, wenn ihr da die ganze Zeit Beulen reinfahrt. Gar nicht warm. Guck mal, hier sieht schnuckelig aus. Wo wollt ihr denn wohnen? Da hier sind Bevel-Hels mäßig. Äh. Fahr mal hier rechts runter. Jetzt hier. Oh, guck mal, der muss von seinem Haus parken. Aber hier gibt's kein Pool, aber es gibt ein... Hier sind schöne Häuser, hier hab ich schon mal gewohnt. Da sind Autos. Fahr mal weiter. Hält die Brücke uns aus? Ja, klar. Wobei mit euch... Oh Gott, fahr schnell drüber. Fahr schnell. Oh Gott. Okay, guck mal, hier reicht zum Beispiel, aber hier kannst du... Aber es ist schlecht zu parken. Wir bauen halt einen Pool zum Baden, ne? Ja, oder eine See. Oder eine Großraumdusche. Okay, ihr könnt doch hier... Fahr mal rechts. Ihr könnt doch hier baden gehen, dann. Guck mal, Twinkie. Hier ist der... Ja, ist voll romantisch. Guck, da ist sogar ein Steg. Wenn du siehst... Nein, das kann man von hier nicht sehen. Aber es sieht auch schon an so zackig, ne? Ja, also das ist ums Eck von den Asis. Aber das hast du gewusst, Willi, oder? Ja, ja, ich hab ja hier lang gewohnt. Deswegen weiß ich ja, wo dir was ist. Hier, da links. Da, guck. Seht ihr das? Ja. Ja, und da könnt ihr dann schön ins Wasser steigen. Aber dann kommen die nie wieder raus. Das hast du gesagt. Was soll das denn heißen? Wir sind gute Schwimmer. Ja, das glaub ich. Ja. Na, hier ist auch... Promenade ist auch alles an. Guck mal, da hast du gesehen. Oh, was ist das denn hier? Oh, ne, fahr mal weiter. Orange ist nicht... Gang, fahr mal hier weg. Wie denn am Strand? Ja, da sind... So kriminelle. Ja, da sind zwei... Da ist noch eine andere Gang. Die kenn ich aber gut. Die sind... Oh, egal, wo man jedenfalls über Gang, Gang, Gang. Ja. Achte mal, wo haben wir denn ein schönes Äckchen, Fleckchen? Oh. Die ganze Karre ist irgendwie zerbeult und alles klappert. Ja. Jo. Was ist denn hier? Taxi. Oh. Oh. Ja, das ist auch wieder irgendwas. Willi, warum machen die das da hinten, die Eingänge mal zu schließen mit großen Autos? Äh, ich glaube, das ist so, die markieren damit ihr Revier so, dass das heißt... Wir sollten mal lieber eine Schule gehen, Idioten. Ja. Warum pinkeln du nicht einfach die Bäume an? Kennst du den Lehrer Welch? Der war mir kein Lehrer früher. Nee. Hier ist das Lied. Hier ist das Lied. Hier sieht auch schön aus. Ja, hier ist auch, glaube ich, Gangster-Viertel da vorne. Wie ist ein Gangster-Viertel? Ja, da vorne. Ja, da vorne die Roden. Ja. Was? Die ballern immer auf die anderen. Vom Lösch. Sind das die hier? Ja. Okay. Du kannst hier nirgends so wohnen über dieses Gesindel. Heslon. Was? Heslon. 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 Dann fahren wir hoch zum Berg. Ja, auf dem Berg haben wir es gern. Oh, oh, ich hab den... Scheiße, ich hab den... Den Holländer im Stripclub stehen lassen. Welchen Holländer? Wir haben nur einen holländischen... Ja, euren Kollegen. Den Case. Den Case? Ja. Wer ist das? Ja, der heißt Case. Mit Nachnamen. Dies Jahr hat man sich angefangen, wenn man von Hobby robsen. Wir sprechen da, den Pieps. Der Pieps kann doch nicht. Irgendwo hier. Und wir sind... Äh, Paleto. Barbecue Lounge. Habt ihr gesehen? Oh, das wär schick. Wir sind... Also ihr könntet auch vorübergehend erstmal bei mir wohnen. Ja, aber wir wollen nicht da hinziehen. Da, wo Winnie wohnt. Da wohnt der Pinsel. Ja, der Pinsel wohnt ja auch vorübergehend. Hä? Äh, achso. Er telefoniert, glaube ich. Ja, wir wollen ein bisschen... Alleine sein. Keine Ahnung. Hier wird schwierig bei den großen Häusern. Gibt's nicht so kleinere auch hier? Bei Willis Haus. Ja, weniger. Bye-bye. Ah, bei Willis Haus? Okay. Wo hat der denn ein Großraumtaxi her? Äh, keine Ahnung. Oh, das klappert wirklich alles hier. Ja. Klappert. Ja, okay. Wenn du das sagst. Ja, war kein Auto. Ich weiß nicht, wo Win. Fahr mal. Willi, wo kauft man denn hier ein Haus? So eins? Oh Gott. Was denn? Was hast du gesagt? Das hat so viele Stufen. So viele Stufen. Äh, du musst das doch... Wo du das kaufst, musst du da erstmal einen Antrag, ein Vorverkaufsrecht dir holen. Wann? Dann mach's. Wie wann? Ich hab nix. Du hast nix. Du hast doch kein Haus. Oh. Oh, ich wohne auch mit dir. Ja, das, äh... Hast du sowas? Hä? Cooper und die Quinn haben das. Wer? Die Quinn. Meine Mutter. Ja. Wo ist Twinkie? Twinkie! Was machst du? Oh, mein Gott. Oh, langsam, bitte. Twinkie! Fahr mal hier an den Rand. Wie geht das noch? Danke für den Prime 15. Na klar, die... Hallo? 1A. Twinkie! Bleib hier stehen. Ich muss echt noch besser fahren. Ja? Also, wenn mir nicht ein Weg kommt und so, bin ich top. Was macht der Ronny? Der geht an meinen Essensvorräte, der Penner. Hast du da dein Essen gebunkert im Kofferraum? Trink mir mal was zu trinken mit, Ronny, bitte. Twinkie! Boah, ich muss ganz trinken, Piwi. Äh, wieso gibst du mir Schnaps? Ich geb Piwi. Du wolltest was trinken. Geh weg! Ich muss Piwi. Wacht doch. Schau mal, lass mich jetzt alle alleine. Komm, geht's raus. Hey, sag mal. So, ich sitze da. Wo ist oben? Hehehe. Hehehe. Tja, 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 Tja. Was hat der gemacht? Sonst, ja, ja, sonst, wie machen wir das denn? Wir fahren hier nochmal rum und sonst fahren wir mal gucken. Was denn? Oh, okay. Ja, mach das. Bis gleich. Tschö. Ähm. Schnapper, danke für den Prime Sign 14, oha. Pass auf, verbrenne die Finger nicht. Nö. Wir fahren, Mirror Park gibt's schnucklige kleine Häuser, aber da hab ich gerade gehört, sagt der Holländer, der will alles besetzt. Was meinst du damit? Ja, da wohnen wohl schon überall welche. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Wir finden schon was. Ja. Bei euch und Merkel ist das frei. Ja. Oder, warte mal, ich weiß, wo ich nachher mache, wo wir gleich hinfahren. Und die nicht drücken, du musst ziehen. Das muss alles wieder so, wie es war. Ob du willst und nicht. Naja gut, es ist, solange da nix ausläuft, ist schon mal ein guter Anfang. Oh. Äh, mäh, gib mir meine Rassel. Was machst du da? Ich wollte das unter dem Auto gucken und dann hab ich mich falsch positioniert. Was ist denn das hier, das brauchen wir doch gar nicht am Motor. Was willst du, nein, lass da alles dran am Motor. Da ist da der Schlauch. Nein, der muss drauf bleiben. Da ist die Luftzufuhr für den Motor. Ich mach den einfach ab. Wir tunen die Karre jetzt. Ja, und dann? Dann fährt die schneller. Wir nehmen die Drossel raus. Okay. Und bauen gedrehten Auspuff dran. Ja. Und den Drosselklappenpotentiometer musst du noch ausbauen. Genau. Dann zieht der Teil richtig. Hat der gesagt Pinsel? Keine Ahnung, was ist denn das hier? Mach einfach ab. Okay. Das hat der Schuhmaker auch immer an seinen Autos gemacht. Warte, alles ab? Ja. Wer jetzt mal der Tommy hier, der ist doch KZ-Mechatroniker. Ja, der ist mehr so, der kann mehr nur Auspuff abschrauben. Hm. Aber der hat schon mal, aber ich hab mal gehört, der hat schon mal einen ganzen Porsche repariert. Einen Porsche? Äh. Habu ist Twinkie. Oh. Und? Geht wieder? Ich hab einfach gemacht. Ich hab keinen Plan. Dann setz dich mal rein und starte. Ob der überhaupt noch startet. Starte mal, Pinsel. Ach, ich hab Schlüsse. Warte. Oh, oh. Hm. Spring nicht mehr an. Poplo. Nö. Pinsel, mach mal den Schlauch wieder dran. Welchen? Ja, ohne den. Du musst noch mal auf, Mann. Was? Haube. Ja. Guck mal, guck mal ganz nah. Da, da ist er vorne. Es geht wieder. Geht wieder. Au. Hast du. Cock sucking motherfucker. Du bist ein cocksucking motherfucker. Oh mein Gott. die motorhaube ist weg gelaufen ja und bestimmt wieder gleich ja wer braucht sie bezahlen wir sind ja ja was du das ja wir müssen auf twinkie warten die hat kopfschmerzen das ist eine gute frage wohin ich fahr mal zurück wie sieht deine umgebung aus also hier stehen häuser ein paar ampeln bleibt mal hier stehen der wagen der gerade an uns vorbeigefahren ist das war der holländer der wollte uns zeigen wie was frei ist aber ich bin gerade am telefonieren mit twinkie ja und wir sind dann ist sie um auf den höhen auf dem höhchen na fahre nur mal gerade aus und dann links und dann links und da vorne sind kleiner parkplatz ja Das sieht aus wie so ein Crack-Fahrplatz, keine Ahnung, da dient bestimmt jemand mal. Oh Gott. Oh, da fuhr grad ein Auto an mir vorbei. Das waren wir, wo bist du? Ein blaues Auto? Ja. Ja. Das ist grad an uns auch vorbeigefahren. Äh. Warte, war dir das jetzt? Ja, Moment, die fahren jetzt wieder, wir rollen den Berg zurück gerade. Nein, wir sind da. Wie zur Hölle ist die Tüdy Bitches gekommen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das hab ich nicht gesehen. Ja. Oh, der Motor blitzt. Echt, sieht doch aus wie neu. Warte, wir kommen gleich da hochgefahren. Fällt noch. Zeig die jetzt ein. Ah, da kommt sie. Komm Twinkie. Fahr mal hier wieder hoch. Bitte. Warte, warte, warte. Können wir so überhaupt weiterfahren? Ja, ich glaube, wir bringen den gleich mal lieber. Ach, der sieht doch noch gut aus, glaub ich. Zumindest von innen. Und auf die innen Seite kommt dann. Da, so die. Da hoch. Ja, da hoch. Langsam fahren. Nein, ich muss schnell fahren, sonst kommen wir nicht hoch. Hier links, hier links. What? Boah. Ja. So viele Boahs hab ich schon lange nicht mehr gehört. Langsam, langsam. Warte mal, hast du Postlecode? Wir sind jetzt bei Postlecode 645. Okay, ich fahr weiter hier. Hier ist doch keiner. Der Holländer kommt uns hier entgegengelaufen. Jo, fahr nieder. Der kommt uns entgegengelaufen. Der spuckt. Der soll aufpassen. Ich bin schneller weg. Da steht er, da steht er. Vorsichtig umfahren. Ja, oh Gott. Hallo. Nücken, nücken, Küken, Hufen, Südlik. Waren wir hier auf dem Parkplatz? Nücken, nücken, nücken. Ähm. Sieht doch noch voll gut aus, die Karre. Hey, was geht? Haben wir's geht toll in da? Äh, ihr seid die Neue? Was meinst du, wir sind die Neue? Wir haben Taxiunternehmen. Ja klar, siehst du doch. Wir sind den ganzen Tag schon am Arbeiten. Guck dir mal das Taxi an. Äh, ja, ja, äh. Der ist noch voll im Schuss. Ja, voll Gebrauchsspur schon. Wir haben die Volksspruchstange verloren. Ja, freut sich der Chef, eh. Wieder was zu tun für die Werkstatt. Das war der Pinsel. Pinsel? Wer ist der Pinsel? Der ist schon Hund. Ja, auch immer das ist. Hier, was mit dem Opa? Hat die Alzheimer wieder oder sitzt die wieder? Ich muss mal sitzen bleiben. Ich glaube, ich hab mich eingeschissen. Ah, Ronny, viel Spaß. Ah, nee. Fahrt ihr die Taxi? Viel Spaß, wir sauber machen. Ja, wir fahren da. Wartet, ich zieh mir nur mal... Das ist nie sauber. Ich muss mal kurz die Hose runterziehen und gucken, ob ich da irgendwie Flecken habe. Schaut für dich, dass das Leder war, Willi. Äh, aber... Wann ziehst du denn jetzt Jutta da mit rein? Ey, aber zur Not könnt ihr ja immer noch, ne? Dann fahrt ihr zum Waffenladen und dann für die Oper dann so... Gott sei Dank, Mann. Oh, Junge, willst du mich fick hin, Alter? Ey, Magnum... Magnus, was ist los? Mach das nie wieder, ich hab Musikallergie. Gott sei Dank, Mann, hab ich... Ich pickel im Nacken. Also... Wo bist du denn? Und das Haus, meinst du, wäre frei hier, oder was? Wie viel seid ihr? Das hat ja nicht mal einen Eingang. Drei. Äh, ich glaub, da musst du über die... Garage. Äh, ja, das ist halt hier... Die Häuser ist nicht einfach, hä? In der Stadt. Äh, müssen wir hier mal rumgucken, äh, äh, hier so. Auch noch. Ja. Pff. Hat die Postelcoach? Bin ich... Was? Äh, die guckt sich vorne in den Eingang an. Da kommt sie. Für mich ein klares Nein. Nein? Nein. Nein, ist so hässlich, ne? Ja. Nicht hübsch. Da fand ich da so eine Ecke beim Willi von Dings und Pinsel besser. Ja. Hat zwar keinen Pool, aber egal. Ja, genau. Dann nehmen wir einfach wieder so ein Badezimmer, was quasi gleichzeitig alles eine Dusche ist. Nee, du hast doch hinten gesehen, im Garten gab's diesen Garten-Water-Schlauch. Da können wir uns draußen badenduschen. Oh, die Nachbar. Du weißt, wie das früher war mit den Nachbarn. Genau, das ist Amerika. Ja, okay. Wir müssen aber noch zum Sheriff nochmal, ne? Worum? Ja, wegen unserem Auto. Ach ja, stimmt. Ja, wollen wir das jetzt machen? Ja, machen wir jetzt noch schnell. Okay, weil danach würde ich dann mich ins Bettchen schmeißen. Wie spät ist denn das? Ach du Scheiße. Ist das schon so spät? Ja, ja. Äh, wenn du Straße runterkommst, links. Ja. Äh, wir fahren mal Richtung Taxiunternehmen. Ich weiß, wo es kleine, schöne Häuser gibt. Ja, wir müssen aber noch zum Sheriff. Sorry. Jetzt? Unser Auto ist nämlich noch in dieser komischen Polizei-Verwahrung-Ding. Okay. Wir brauchen das heute noch. Wie? Okay. Dankeschön, Nollinda. Ja, ey, wie gesagt, beim Taxiunternehmen da unten in einem Haus, da ist auch noch was frei. Ja, wir gucken mal. Da müsst ihr mal gucken. Danke, Case. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Die ist schon lange weg. Ähm, eins, eins noch, Speckschnittchen. Hm? Ähm, wie sieht's aus, hast du eigentlich Fahrzeugpapiere für unser Auto? Ja. Ja, okay. Hab ich bekommen. Ja, sehr gut. Ja. Müssen wir einen kleinen Gefallen vielleicht heute? Ja, vielleicht mal ein bisschen weniger Berge mitnehmen und so, mehr auf Straßen zu bleiben? Was soll ich machen, wenn hier so viele Berge sind? Ich kann den Bergen ja nicht ausweichen. Nee. Ja, wer stellt hier auch noch, du musst um den Weg. Nee. Warum? Ich fahr doch super. Ja, ja. Ich find das super. Ja, ja. Bei uns ist alles super flach, Visier. Da dauert die Ungewöhnung halt einfach. Genau, bei uns gibt's auch nicht so viele Kurven. Ui, 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 ui. Vielleicht sollte ich ein bisschen langsamer fahren. Ein bisschen, ja. Ja, fahr mal so nah wie möglich dran, damit wir so wenig wie möglich laufen müssen. Aber, das klingt aber nicht mehr gut. Nee, alles am Klappern. Das müsste die Pinse mal reparieren. Wollen wir beide was wetten? Was denn? Um was zu essen? Okay. Okay, ich wende mit dir. Ich bin der schnellste Kopfrechner aus Los Santos. Okay. Und du stellst irgendeine Aufgabe. Egal, Mathe, egal wie schwer. Okay. Was ist die Wurzel auf sechs? Sieben. Gar nicht. Du bist doof. Aber ich... Du, komm. Warum? Ich hab gewonnen. Nein. Warum nicht? Weil das... Twinkie kannst du mit dem Kotschen da drinne? Ja, klaro. Komm, Vögelchen. Nee, du schuldest mir was. Okay. Ich hab gesagt, ich bin der Schnellste, der das richtig ist. Herr Dog, lernen Sie mich mal auf. Komm mal mit. Ich brauche ja eine Taxi-Leitstelle. Ja. Was ist hier gerade so wildes passiert? Ich bin auf mein Taxi nicht gekommen. Irgendwann geht's auch mal los. Nein, ihr Hüppchen. Na klar. Echt? Na klar. Wie viel Schoki isst du am Tag? Ich hab heute zwei Megateisen. Alter, du hast ja einen richtigen Bierbauch. Schmecki, schmecki. Dankeschön. Kommt jetzt Thomas her. Du bist auch cool. Ja, von unten. Danke, Mann. Alles gut. Hallo. Ich möchte gerne mein Auto wieder haben. Ihr habt das geklaut. Wahrscheinlich ist es kaputt. Wie immer. Wir waren heute Mittag schon mal da. Und woran ist es heute Mittag gescheitert? Der Polizeityp, der Chef hat keine Zeit gehabt. Chef? Chef, hast du jetzt Zeit? Achso, Fischer. Das ist dein Ding. Ja, viel Spaß. Bad Ruck hatte gerade angerufen, seine Ex ist hier. Der hat einen Moment gebraucht. So, welches habe ich? Umf, das Auto von Twinkie und mir. Ja, was ist der mit? Das habt ihr geklaut. Haben wir gar nicht. Das ist eine Lüge. Doch, das hat der Sheriff uns heute Mittag gesagt. Warum haben wir das geklaut? Weiß ich auch nicht. Wo war denn das? Vor unserem Hotel. Halte aber, what? Welches Hotel? Ähm, da in diesem Park. Der Zoo. Was? Welches Hotel hat er denn zu hier? Wir haben einen Zoo hier? Ja. Aber da kam heute eine Nachricht, das Elefantengehege ist leer. Das sind welche weggerannt. Wenn du gemein bist, sind wir auch gemein. Ja, aber warum Foto? Aber das ist gut, wir brauchen noch ein paar Fotos für die Fände hier. Hallo, warum testet ihr an die Brüste? Das darf ich nicht. Ich habe Fotos gemacht oben. Ja, aber dann könntest du nicht deine Brüche jetzt noch zusammen. Brüche. Hör auf damit. Das macht mich nervös. Ja, ich gucke noch gerade mal nach hier gleich, ja? Ja, das habe ich mich vorhin auch gefragt, keine Ahnung. Das ist kaputt. Äpfelös. Alter. Ich hoffe, es hat dich wegzahnt. Oben, du musst mal oben gucken. Oben ist jetzt die Ecke. Ja, lecker, young, young. Sehr kaffee. Ich glaube, da stirbt gerade jemand hinzaheben. Dann geht er weg. Dann atme einfach tief weg. Hä? Alter, sind gar so ein Griff gewesen. Wo sind die ganz hüten hin? Keine Ahnung. Wenn wir alle schnell einatmen, ist der Geruch schneller weg. Was ist das denn jetzt? Dach Jan bin gefreut. Noch nicht, kommen wir nach. Was geht Willi, du alter Mann? Willi für die Rute. Oder einfach wegwedeln. Kann man jemand sagen, wo die Police PD-Verwahrliste ist? Das ist die Coco. Hi, Coco. Hi. Können wir uns... Oh, Trinky, sag auch mal was. Das ist deine Freundin. Das ist meine Frau. Ich hab die zur Verwahrstelle gefahren. Das war echt cool. Ja. Das war wirklich... Achso. Dankeschön. In deinem Panto. Das war doppelt cool. Was ist denn ein Panto? Das ist so ein kleiner... So ein LKW. Ne, wie heißt denn das? LKW? So ein kleines... Wie heißt das? So ein Smart. Ach, so eine fahrende Cola-Dose. Ein Elefantenschuh. Wie ist das Nummernschild denn? Okay. Die Herrschaften, die sich jetzt hier zu melden haben, kommen bitte einmal zu mir. Cool, tschüss. Das Nummernschild war LSEG. Was? LSEG? LSEG? Lass du mich gerade jetzt sagen. Ach, 0-3. Nein. Wer bist du denn? Wer für uns nach weißer. 0-8-0-3? Achso, ich dachte eben, ich hab das nicht mehr gesagt, wer bist du denn? Ich bin nur Brian, du Penner. Ciao, Brian. Oh, irgendwie... Hier arbeitet irgendwie keiner. Was? Falsch pangen. Kannst du einen im Unicorn empfehlen? Gar nicht, das war ordnungsgemäß vom Hotelpark. Kannst du einen im Unicorn empfehlen? Ich hab mir 15 Minuten Zeit dafür bekommen. Die Rothaarige, die Quinn. Okay, gut. Super. Bitte. Oh Gott. Sind die parkt immer vernünftig. Mhm. Äh, Leitscheide von 88. Oh. Oh, oh. Ich hab Hunger. Ja, wir haben hier nochmal vorne eine Lollobie bremst um Spur. Die wollen ein Fahrzeug ausparken bei der Petit-Befahr-Wahrstelle. Haben sie noch eine Streife frei? Das klingt auf jeden Fall nach Durchfall. Das klingt nach Hunger. Die haben Hunger. Das war Knorren. Da haben Baby die noch. Das war so ein Verdauungsgeräusch. Was soll denn das so ein Riesen sein? Ja, ein Verdauungsgeräusch. Hallo? Du bist ein Verdauungsgeräusch. Wir haben gerade leider keine Streife frei, um wieder Tauten zu geben. Ja, aber wie sollen wir nach Hause kommen? Nimm den Tag. Ja, wir sind Taktifahrer, oder? Sollen wir uns selbst nach Hause fahren? Wir dürfen die Taktifahrer nicht bei uns stehen lassen. Ich kann nicht nach Hause fahren sonst. Ja, und wie sollen wir morgen zur Arbeit kommen? Muss ich jetzt echt in die scheiß Ghetto-Safari reinfahren, Alter? Warum denn ins Ghetto? Wir wohnen nicht im Ghetto. Ja, aber da ist die PD-Verwahrstelle. Ach, bei den Asozialen wieder. Dann stellt die doch woanders hin. Genau. Na komm, lassen wir die Hinterachse schleifen. Wir können sie auch mit dem Taxi mit mir. Komm, Toba. Okay. Ach nee, wir haben keinen Platz. Wir kriegen beide nicht rein. Ruf Willi an, ey, ich freue mich. Was soll eigentlich dieses Fat-Shaming die ganze Zeit? Why? Willkommen in mein Leben. Wer soll mich anrufen? Ich will gleich merken, ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir auch eine Rundreise machen. Ja, dann schon. Ja, springt rein. Ja, fahren Sie uns hinterher? Ja, wissen Sie, wo das ist? Nee, keine Ahnung. Wir fahren hinterher. PD-Verwahrstelle gegenüber vom Junkie-Park. Oh Gott, ist das eklig. Was ist das für ein Park? Weißt du, wo das ist? Ja. Der zieht aber hinterher. Was hat der alte Mann? Hat der einen Schlazernanfall? 9, 4, 6. 9, 4, was? 5, 9, 8, 2. Was hat er gegessen, ey? Äh, Saul. Ja. Ja. Ja, richtig, das ist der Hardy. Alter. Dafür dann, Joe. Tschö. Ja, fahr. Ja, du eben musst vorfahren, bitte. Oh Gott. Also, ich weiß ja, wohin. Wir gehen uns unser Auto holen. Ja. Dann fahren wir gleich mal. Beim Taxi ist noch, glaube ich, was frei in der Nähe. Warum ist der Pusseimann immer so frech? Oh Gott, fahr nicht so schnell. Warum fahren wir ein Rennen? Oh Gott. Ich schnall mich an. Ronny, schnall dich bitte an. Hier. Hallo, ihr habt Airbags bei. Oh, ich muss auch mal Lichter machen. Wenn noch eins funktioniert. Twinkie, fährst du dann schon mal nach, ähm, nach Bitz-Suland schon mal nach Hause? Im Hotel? Oder fahr mir direkt nach oben bei Willi hin? Ihr könnt doch gerne heute Nacht bei mir schlafen. Und dann morgen gucken wir dann für euch. Stopp! Ja, wenn die Fahrzeuge beschlagnahmt werden oder sonstiges, wir dann hier. Boah, richtig geil. Auf jeden Fall schon mal, das gibt die nächsten drei Tage nur noch Brokkoli. Nein, die habe ich nicht gesehen. Ja. Da fällt die Tür ab. Ja, und? Die war ja schon den ganzen Tag locker. Uh, wer bezahlt das? So, gut, dann gucken wir. Aber übergewichtiger Bob Rossi, sie müssten noch einen Strafzettel zahlen wegen Falschparken. Dann möchte ich gerne den Beweis haben, dass ich falsch geparkt habe, weil Trinkien geparkt. Geht da so drin, wäre der Kollege so eingetragen. Ich kann das nicht rausgeben, bevor sie keinen Strafzettel zahlen. Ja, okay, wie toll wäre das? Weil ich habe nicht viel Geld, ne? 2.500, glaube ich, oder? Wollen wir mal kurz nachgucken? Hast du offen Polas? Wer, ich? Ja. Ruber, guck doch mal nach. Ja, jetzt eher. Also, ob der noch Polas Zugang hat. Gar nichts. Trink ich 2.500 Dollar. Entspann dich. Ja, ich gucke doch gerade nach, Mann. Kurz bei dir, wer warst du hier ein Fahrzeug für die lieben Herren ausparken? Familie Smalls. Wichtig, jetzt stießt er euch und dann sagt er, liebe Herren. Wir sind gleich wieder da, ja? Dabei bin ich für immer noch nicht. Verschoß gegen Park und halte Dingsbums. Ja, war mal Mindestdings da, dass wir wenigstens so ein Scherz-Dinger da. 2.500. Ja, wusste ich so. Ja, tut mir leid, sonst habe ich nicht rausgekommen, sonst kriege ich Ärger. Ja, komm. Egal. Wo stand denn das genau? Bei Würfelpark heißt das, ne, Pinsel? Ja. Da gegenüber ist ein Hotel. Beim Hotel. Da gegenüber vom Kuchenladen. Sind da rote Bordsteine? Nein, da darf man nämlich nicht parken beim Boot. Da sind keine roten. Die wurden einfach... Vielleicht hat jemand das Auto auf die Straße geschoben oder so. Das ist schon echt mies. Huber, erste Amtssammlung der Entscheidung. Ticket oder kein Ticket? Nein. Wie oft haben sie schon falsch geparkt? Noch nie. Fischer? Ja, auch das Vergehen... Werden sie in Zukunft fragen... Hältst du dich an die Diät? Ja, ja. Werden sie in Zukunft richtig parken? Fischer hat ja schon weitere Akten wegen Falschparken. Also, Männer. Und mein Torte. Twinkie ist gefahren und sie nimmt sich immer 15 Minuten Zeit zum Parken. Damit es ja perfekt ist. Weil wir haben nicht viel Geld. Und wir wissen, dass wir abgeschleppt werden, wenn wir Unsinn machen. Sagen viele, dass sie es wissen und trotzdem tun sie es. Gefährden dafür einen Schutzweg. Ja, aber es gibt jetzt auch kein Foto, wo man sieht, dass wir falsch geparkt haben. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, dass man da noch ein Foto von macht. Da kann man jedem abgeschleppten Fahrzeug, jedem Polizeibeamten vertrauen, der das abschleppen lässt. Dass er das auch ordnungsgemäß macht. Aber sie können mir vertrauen, dass ich nicht bin. Das ist schwierig, ich bin außer Übung. Mittlerweile haben wir 150 Kollegen, da kann man keinem vertrauen. Achso. Aber es sind gar keinen, alles Wichser. Da war auch heute Mittag jemand im Sheriff-Department, der hat zu dem anderen Polizisten darum geschrieben, kein Wunder, dass euch alle hassen, ihr seid Abschau-Rum. Wir arbeiten beim Taxi-Unternehmen, ne? Ich habe jetzt keine Zeit. Ein paar Leute von A nach B. Ja. Häffende. Wohin? Im öffentlichen Verkehr. Immer. Wo wohnen Sie? Da in dem Hotel. Noch in dem Hotel, aber wir sind auf der Suche nach einem kleinen Häuschen. Mit ganz großer Badewanne. Die wird lieber ein großes kaufen. Was hatten Sie da vor für einen Job? Ich hatte vorher keinen Job. Ich komme aus Arizona. Ich war auf dem Bauernhof. Ich war in einem Diner, aber ich wurde gekündigt. Was? Was? Ich wurde gekündigt, weil angeblich nur die Hälfte der Bestellung angekommen ist. Und das ist eine freche Lüge gewesen. Ja. Das war wohl der geilste Name. Tschüss. So, weiter Leute. Entscheiden Sie sich. Wir wollten uns hier ein Leben aufbauen. Wenn wir dürfen. Ja, 2500 Dollar haben Sie einen Tag wieder drin mit Ihrem Job. Ah ja. Läuft momentan nicht so gut. Ich habe heute eine Stunde auf dem Taxi gewartet, dann bin ich zu Fuß gegangen. Ja, Sie sind auch so jemand, der gerne auf dem Erbefeld geht. Komm, ich zahle das. Nee, komm. Nee, komm, egal. Ehrliche Burger. Hallo, 2500 Dollar sind doch nicht viel. Verdienst man doch locker in fünf Minuten auf dem Erbefeld. Komm, überleg mal, wie viele Hamburger das sind. Ja, das ist eine Menge. Gib mir mal den Schlüssel. Twinkie, hast du einen Schlüssel? Ich habe die Papiere durch die Schlüssel. Ja, warte. Ich muss gerade irgendwo gehen. Doi, jei. Wenn ich das schon wieder höre, dann kriege ich die Krise. Das ist meine Schwester und meine Frau. Oh, da ist sie. Hier, bitte schön. Arizona, ja, okay. Was? Nicht Alabama. Genau, nicht Alabama. Was hätte ein Mann krank gesagt? Äh, ich habe das nicht verstanden, akustisch. Warum? Also, das ist Ihre Frau und Ihre Schwester? Nein. Was? Das ist meine Frau. Ich habe aber auch mal gehört. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe aber auch mal falsch verstanden. LSEG 0803, können wir mal einmal durchchecken, ob das auf den Halter auch ist. Ich bin der Halter. Ich habe es eingetragen. Was? Naja. Hauen wir mal ein Auge zu, ne? Ich sollte Ihnen ein Auge zu holen? Dann drücken wir mal ein Auge zu, dass Sie hier so ehrliche Arbeiter sind und kein, kein... Schmutz und Asoziale. Ein Herz für Schmutz. Alles Asoziale hier, vor allem hier. Nö. In der Gegend. Nö. Das ist halt sozial schwache Abteilung hier, sag ich mal. Brennpunkt heißt es, ja. Brennpunkt. Familien im Brennpunkt, ja. Ja. Ja, Ihr Fahrzeug wird gleich von dem Mitarbeiter da rechts hingebracht und dann können Sie das Fahrzeug da nehmen. Dankeschön, Opa. Großartig, danke. Muss ich noch den Schlüssel wieder geben. Hab ich schon. Naja, gut. Außer der wurde jetzt gegessen. Das war kein Bonbon. Tinky? Mhm? Hast du den gegessen? Nee, nee, der ist hier, warte. Oh. Hier. Hab ihn da. Okay, du fährst schon mal ins Hotel und ich lasse mich von Willi nach Hause fahren. Sitzen Sie beide in diesem Fahrzeug? Hm, ja, aber die Sitze sind ganz nach hinten. Okay, Junge. Er legt, er legt es wieder auf. Ich krieg's am Weg weg. Ich kann uns dann nicht so das Auto leisten. Toyota Corolla. Eigentlich ist das voll gemein. Als Polizei darfst du nicht so frech sein. Warum werden wir andere unternet? Ist so, mach ein Foto, mach ein Foto. Beweisfild. Wie bist denn das, das Auto Kleine? Ja, und das hängt mal beim Zoo bei die Schildkröten, weil die genauso alt sind wie der Mann. Mir fällt da grad was ein. Mhm. Was für eine Kamera haben Sie? Polaroid. Ist das der Jute? Macht der Jute Fotos? Sind die scharf? Ja. Das ist die Sofortbildkamera. Also, wenn ihr innerhalb, pass auf, ihr kriegt von mir eine kleine Aufgabe, wenn ihr Interesse habt. Wir brauchen noch ein paar Bilder für unser PD, für die Wende. Okay, von den Asozialen? Nee, nicht von den Asozialen. Am besten halt irgendwo Polizisten oder so. Einfach fragen, ob man vielleicht mal ein Foto machen kann. Oder wenn sie einen Einsatz sehen, vielleicht von der Ferne mal ein schönes Foto aus einer schönen Perspektive. Ja, so haben wir schon. Jedes gute Foto gibt es 10.000 Dollar. Ich glaube, wir haben immer Ärger bekommen. Ja, das kann man ja halt irgendwo hinterlegen, dass die da dann, solange sie die nicht bei der Arbeit behindern, sondern halt wirklich... Können sie nicht bei Weasel News melden? Willi hat ja 10.000 gesagt. Aber so können wir... Ich werde Fotograf. Ich meine halt für das PD, weißt du, für die Wende. Ja, ja, sag ich ja. Dann können die ja Fotos melden von uns einsetzen und so. Wenn die unter Weasel News laufen, dürfen die auch an Einsätze ran. Ja, weil die sind ja tatsächlich klar. Wir können noch mit auf Einsätze und dann machen wir Kegelvideos für euch. Ja, danke. Ich wollte schon. Mal gucken, wie so ein Sheriff arbeitet. Die gab's jetzt. Also, wir machen Fotos von der Polizei. Gute Fotos. Also sind wir Peter Parker? Ja, genau. Bring mir Spider-Man. Wir sind Peter Parker. Genau, ihr seid Peter Parker. Was ist heute Donnerstag? Ich sag mal, bis nächste Woche Freitag. Gute Fotos. Für jedes angenommene Foto, was uns gefällt, gibt es 10.000 Dollar Prämie. Okay. Pinse, bist du dabei? Ich mache alle. Ich bin sofort mit am Start. Tatsis gekündigt. Aber das muss eine gute Kamera sein, ne? Ja, ich guck mal. Ich fahr euch rum. Okay, machen wir. Wo sollen wir die Fotos hinbringen? Ja, wir tauschen mal Nummern aus und nächste Woche Freitag telefonieren wir dann mal. Okay, aber du rufst mich nicht an und nur weil ich hübsch bin, ne? Nein. Okay. Kann mich beherrschen. Twinkie ist die Fotografin. Du musst mit Twinkie nur mit tauschen. Ja, aber Speckschnittchen, du hast die bessere Kamera. Aber, aber... Ist ja egal. Ich brauch nur eine Nummer, wo ich dann anrufe und sag, ey, wir treffen uns jetzt für die Fotos. Okay. Also, dreimal gibt es fünf. Ich finde das mittlerweile schön geil. Ich habe eine super einfache Nummer. Drei, drei. Ja. Sieben, sieben. Ja. Eins, null, fünf. Okay. Und wer sind Sie? Ich bin O'Brien. Willst du dir meine Nummer auch einmal aufschreiben, damit du weißt, wer anruft? Nö. Okay, dann passt das. Ja, bis nächste Woche Freitag. Und wie gesagt, für gute Fotos gibt es pro Bild, was wir nehmen, 10.000. Auch, okay. Von Einsätzen, von Polizeibeamten. Wir sind schon auf dem Rückweg. Wir werden gerade aufgehalten. Genau, von Polizeibeamten. Ja, wie so? Und auch vom Chefdepartement. Ja, auch. Könnt ihr auch machen. Wir holen dich. Okay, machen wir mal, ne Twinkie? Ja. Jo, 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 jo. Vielleicht 10, 40, wird ne 10, 10, brauchen 20, 10. Kannst du 20, 20 werden. Let's go. Okay. Schönen Tag noch. Ihr fahrt euch dann runter, ne? Schönen Tag noch. Ja, tschüss. Wir haben noch nen Job. Wir sind Fotografen jetzt. Boah, also die langweilig, die Büssisten. Und die sind böse zu uns. Ja, die sind total ein Verschämt und frech. Alle beleidigen sind's immer. Ja, deswegen müssen wir kommen, dreimal zurück. Deshalb werden wir zwischen den ganzen Bildern, die wir machen, noch Bilder von meinem Arsch. Tumachen. Wir machen richtige Fotokollage. Ja, dann machst du auf dem Arschfoto, machst du so ne schöne Brille und so nen grauen Bart. Okay, dann mach ich die Kamera, muss ich putzen. Äh, hast du zufällig noch was zu trinken dabei? Ich? Ja. Mh, ne. Okay. Äh, wo fahren wir denn jetzt hin? Wo wollt ihr? Ja, warte. Twinkie? Twinkie, warte. Ich muss noch das, ähm... Ich muss noch das Taxi tanken. Und, ähm... Wo? Zum Job fahren und dann komme ich auch, okay? Mhm. Oder willst du warten? Ne, schon gut. Gehst du uns zu Teil? Also schlaft ihr heute im Hotel, ja? Wahrscheinlich sehen wir uns eh noch beim Einparken, oder so. Okay, Pinsel, Willi, fahre mich dann gleich runter. Ja, ich kliere ein bisschen. Okay, kliere ein bisschen, bis gleich. Tschüsschen. Habt's lieb. Bisschen. Sag, dass du mich lieb hast. Sag, dass du... Boah. Ah, schön. Fährst du jetzt? Ich fahr. Oh Gott. Willi, wir müssen noch Bretter kaufen. Ja. Ah, ich hab mir das einverdreht. War das, wenn ihr das einverdreht? Ja. Äh... Wir müssen Bretter kaufen. Wofür denn? Wofür denn? Oh, bitte nicht. Na, das muss ich mir gegen den Kopf hauen, wenn ich lachen muss, weil das hier ist fast durch. Okay. Müssen noch tanken, ne? Äh, ja. Ne, scheiß einfach drauf. Ist ja fast voll. Nee, das muss komplett voll sein. Okay. Ich tank kurz. Du musst nur dein Zeug aus dem Kopf voran holen. Warum? Na, sonst nimmt er den anderen. Ich zum Beispiel. Und du darfst es nicht nehmen. Oh. Das schreibe ich nicht auf das Walnusszorn. Komm mal raus. Komm, was macht dir? Und ich. Du hast mich ins Jenseits befördert. Ja. Geist mir jetzt mit deinem rausropfen. Was hast du? Was hast du mit Pinsel gemacht? Ja. Das war eine Kanickelfangschlag. Pinsel. Ich glaube, der hat Kopfschmerzen. Guck mal. Oh, guck mal. Ich glaube, der will davon schleichen. Boah, der macht den Moonwalk. Der ist weggerannt. Oh Gott. Ja. Ich ruf mal Twinkie kurz an. Ja, mach dann. Also ihr schlaft jetzt wieder im Hotel, ja? Ja, wir gucken. Ja, hallo. Ähm, Twinkie. Ich krieg das hin, wirklich. Der Pinsel hat Kopfhauer, der setzt sich kurz hin. Ja, okay, danke. Schön. Ich bin deine verheiratete Frau. Du hast nicht gesagt, dass du mich liebst. Oh, ist das süß. Ich bin dem Auto hinterhergewandt. Ähm, oh, ich hab gesagt, auch so. Ja, da wär perfekt, ja. Das sieht super aus. Was, mit wem redest du? Ja, hier sind zwei Herren und eine Dame. Die haben mir beim Einparken geholfen. Okay. Ja dann, Zuckerschnute, ne? Wir sehen uns dann später. Okay, bis nachher im Hotel. Okay, tschüsschen. Okay. Puh, die Weiber immer, ne? Ich kann mich kaum retten vor Kontaktanfragen. So schlimm? Ja, andere stecken mir ihre Nummer zu und sagen, mein Zuckbärchen ruf mich an und so. Oh, der ist aber auch gut, ne? Ja, aber ich bin doch mit mir. Kannst du dem denn, ja, ja, kannst du dem denn widerstehen? Na klar. Weil ich kann das nicht. Doch, ich schon. Also ich hab ja auch dann, obwohl ich die Jutta eigentlich habe. Du bist mit dem Herr Jutta zusammen? Ja. Dann hab ich deine Freundin vorhin geboxt. Ehrlich? Ja, stimmt. Ja, du hast ja auch der Herr. Ja, ist ja okay. Du kannst ja machen ab und zu. Steht die drauf. Aber die braucht er doch ab und zu, glaub ich. Ja, aber es... Warum fängst du nicht, dass ich gut fahren kann? Äh. Ja. Genau deswegen. Weswegen denn? Ich hab den zurückgesetzt. Ja. Bisschen zu weit vielleicht. Warum? Kannst du ein Stück nach vorne fahren? Warum? Ich find das hier gut. Was, das Wackeln? Welches Wackeln? Will ich mich auf deinen Schoß setzen oder was? Ja, danke. Pinsel! Wie lass ich das Auto jetzt reparieren? Wie zahl ich das? Ähm, ich kümmere mich da drum. Obwohl, da fehlt ja gar nicht so viel. Ja, wir haben ja doch die... Hast du ja bestimmt gesehen, wo du ausparkst. Ja, da kann man nämlich schon mal immer ein bisschen selber machen. Das ist gut. Was geht ab, Cody? Ach, siehs. Wie viele Füße küssen, hat sie gesagt. Ja. Mhm. Das war eine angemeldete Hinrichtung. Oh, da ist er. Seid ihr am Schlafen? Pinsel! Komm, zeig zurück! Was? Okay, dann renn der nach Hause. Was? Lass mich zurück? Ja. Ja. Ich... Oh Gott, was... Oh, da liegt... Ich hab... Ich darf nichts sagen. Oh Gott. Was ist denn? Nix. Was hast du, alter Mann? Ja, das ist... Was hast du gesehen? Ja, das ist... Godzilla. Genau, so ungefähr. Du, alles klappert dir. Oh, pass auf. Das steht... Oh Gott. Kannst du das fahren, das Taxi, Willi? Ich fahr das... Äh, ja, geht ihr ins Bett jetzt? Ja. Ja, ja, ich fahr das nach oben. Mach, ich geb dir den Schlüssel. Ähm... Warum hast du anrufen, Tötchen? Was? Du hast anrufen. Ja, ich wollt nur sagen... Dass ich... Ich wollt nur sagen, ich hab dich auch lieb, aber ich konnte es nicht sagen, weil gerade am Durcheinander... Oh Gott. Oh Gott. Oh, das stinkt. Du Scheiße. Nix Rollsports. Das stinkt. Das können nur Profis. Warte, Willi, ich geb dir den Schlüssel. Ich dachte, du gibst mir auch einen Drücker. Ja, klar. Da. Äh... Ja, den hab ich bekommen. Trink, warum nimmst du mir den aus der Hand? Ja, weil er noch Schokolade dran klebt, wahrscheinlich. Ja, warte. So... Wie eklig. Muss ich auch schön sauber sein. Bitte schön. Dankeschön. Komm, wir umarmen den Willi noch. Dankeschön, Willi. Ja, nicht da. Oh, nicht so fest. Danke. 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 Ich wünsch euch auch was. Bis morgen auf Arbeit. Okay. War super cool, Leute. Ja. Wir haben viel Geld verdient. Habt ihr wirklich? Ja. Guck ich mir gleich mal an. Ja, der eine Typ hat mir über 4000 Dollar Trinkgeld gegeben. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, das geht alles in die neue Butze, ich sage dir. Oder ein paar Künste, ich weiß noch nicht. Ja. Ja. Ich kümmer mich mal um das Taxi und eventuell noch um den Ronny. Alles gleich. Dann mach's gut. Bis morgen. Darf gut. Ja, ihr auch. Oh, danke. Nur einen. Nur einen für unterwegs. Ab und leid. Die waren voll nett. Wer war nett? Die haben mir einfach das Auto eingeparkt. Die haben dir das Auto eingeparkt? Ja, genau. Die konnten sich das nicht mit ansehen. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich, Speckschnittchen. Schnucki, schnucki, putzi, putzi. Äh, hallo. Hallo. Hi. Was geht? Ukelu. Komm, wir machen mal Aktivitätscheck. Wer ist denn noch da? So, so gut und schön. Morgen wieder? Ja, na klar. 19 Uhr. Ab 19 Uhr. Kann doch manchmal so für ein Stündchen Verspätung sein. So, Taxiometer. Das auch. Zack, zack. Ja, heute, das war, ich weiß nicht, gefällt mir. Oh mein Gott, wo war ich hier? Was würde ich machen? Ich würde gucken, wer da ist. Dexus ist da, ne? Ich schicke euch zu Dexus. Der ist da schon wieder in dem einen Satz. Sie verfolgen schon wieder jemanden. Ich hoffe, hat Spaß gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß. Mega entspannt. Ich liebe die Charakter. Nase Weiß, Dankeschön noch für den Prime im siebten und Make Out Hill, Dankeschön für die bis ab 19. Und Savion, danke für den Prime im neunten. Schnapper, hatten wir schon, ne? Vielen lieben Dank. Dankeschön für den Support heute. Ich weiß, ihr seid alle am pennen. Ist aber nicht schlimm. Macht auch richtig Bock, finde ich auch. Es ist super cool. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Vielen Dank, ihr lieben Dank nochmal. Dankeschön. Und bis nachher. 19 Uhr. Ich schreibe vorher noch auf Twitter. Gar nicht wahr. Ja, jetzt habe ich Feierabend. Das ist cool. Das passt perfekt schon. Ja, war wieder super. Das freut mich. Tschüss. Gute Nacht. Bis nachher. Bye, bye. Bye. Have a good time. Bye. Bye. Bye.